Hallo liebe Leute, ich begrüße euch zur ersten Vorlesung NANO im Wintersemester 2021-2022. Das gehört zum Master- und Bachelorprogramm der Physik der Universität Konstanz. Mein Name ist Gerd Gandeföhr, ich bin ja Professor. Dazu, das ist wieder eine Video-Vorlesung, obwohl die Corona-Pandemie langsam im Abklingen begriffen ist. Wir sind ja seit drei Semestern nur noch mit Remote Teaching, also wir machen die Lehre per Videokonferenzen oder eben per Videos, Asynchron heißt das, und die Übungsgruppen eben per Live-Videositzung. Aber jetzt im Wintersemester 2021-2022 geht es langsam zu Ende und viele Veranstaltungen sind auch schon wieder live im Hörsaal oder in Seminarräumen. Ich habe mich allerdings entschlossen, meine Vorlesung weiterhin per Video zu machen. Es hat gewisse Vorteile, weil die Studierenden können sich natürlich die Vorlesung anschauen, wann immer sie wollen. Zum Beispiel am Sonntagnachmittag in der Badewanne oder sowas, währenddessen sie sonst ja an feste Zeiten gebunden sind. Und ich selber wusste bis vor kurzem noch nicht, ob diese Vorlesungen nur live sind in der Uni oder ob es eben nicht geht wegen Corona. Und deswegen habe ich das so vorbereitet und deswegen dachte ich, in diesem Semester mache ich das jetzt mal noch weiter als asynchrones Video. Also asynchron heißt, wie gesagt, es ist ab einem bestimmten Zeitpunkt, das wäre sozusagen der offizielle Vorlesungszeitpunkt, verfügbar im Netz und zwar auf der Homepage. Wir haben hier eine Homepage www.nanovorlesung.de. Diese URL habe ich einfach gekauft, die kostet nicht viel, kostet ein paar Euro und da hat man eine URL, so eine Adresse und da sind dann diese Videos verfügbar. Kann man einfach anklicken und sich angucken oder auch downloaden, wenn man Lust hat, dann kann man es sich irgendwo, wo man kein Netz hat, auch in Ruhe anschauen. Oder wenn man ein wackeliges Netz hat, dann kann man es downloaden und dann ohne Wackel zu Hause anschauen. Ja, das ist glaube ich ein Gigabyte oder sowas. Na gut, also wir sind also in dieser Vorlesung hier. Die Zeiten sind Dienstag und Freitag ab 13.30 Uhr. Das wären sozusagen die offiziellen Vorlesungszeiten. Und dann spätestens sind die Videos verfügbar. Das zwingt mich auch bis dahin an, wirklich das fertig zu haben, weil so ein Video zu machen, anderthalb Stunden HD-Video, das ist jetzt nicht trivial. Das kostet ein bisschen Arbeit, hat aber den großen Vorteil, dass es dann von bleibendem Wert ist. Also wir publizieren das dann auch, sofern es möglich ist, wegen Ureberrecht und so, auf YouTube. Ja, dadurch erreiche ich natürlich erheblich mehr Studierende oder Leute draußen. Ja, das erste Vorlesung, offizieller Termin 26. Oktober 2021. Und was ich noch sagen muss, ist, ich bitte die Studierenden, sich auf Zeus anzumelden. Also Zeus, das ist dieses Überprogramm der Uni Konstanz, was also eingerichtet wurde vom Rektorat oder jedenfalls von zentralen Bereichen der Universität. Und da müssen sich alle Lehrenden und alle Lernenden, müssen sich da eintragen für ihre Veranstaltung. Wenn man sich da nicht einträgt, dann gibt es keinen Leistungsnachweis. Also man muss sich da eintragen. Und zwar sowohl für die Vorlesung, als auch für die Übungsgruppe. Übungsgruppe, die ist dann per Konferenzsoftware bei uns. Oder man könnte es auch live machen. Das müsste man mit dem Tutor oder der Tutorin besprechen. Das lasse ich erstmal offen. Wir sind ja ganz am Anfang des Semesters. Und das muss ich jetzt noch ein bisschen so einrappeln, wie es dann geht. Auf jeden Fall muss man sich da auch eintragen, wenn man letztendlich einen Leistungsnachweis haben will. Also es geht ja um diese Punkte, diese Credits. Da muss man Punkte haben, damit man dann letztlich seinen Bachelor- oder Masterabschluss machen kann. Zielgruppe. Also ich habe hier erstmal dieses Bild hier. Nano. Also das ist ja nicht Nano, weil das kann man sehen. Das ist ja ein normales Foto einer Kamera. Also Makroaufnahme. Aber immerhin kann man sehen. Und Nano ist eigentlich alles, was man nicht mehr sehen kann. Also was kleiner ist, als die Wellenlänge des Lichtes. Und die Wellenlänge des Lichtes, das sollte man jetzt als Physikerin oder Physiker wissen. Das liegt so zwischen, ach so weiß ich überhaupt selber. Doch ja, 400 bis 800 Nanometer. Also da haben wir schon mal die Einheit Nanometer. Aber mehrere hundert Nanometer. Das ist die Wellenlänge des Lichtes. Und das ist sozusagen das Auflösungsvermögen von irgendwas, was man sehen kann. Ich stelle mir das immer so vor, man hätte so ganz grobe Handschuhe an und versucht jetzt eine Schweizer Uhr. Also von mir aus, ne japanische Uhren sind elektronisch, die kann man gar nicht auseinandernehmen. Also so eine klassische Schweizer Uhr mit Zahnrädern, mit ganzigen Handschuhen. Und so ist das mit dem Licht. Mit dem Licht kann man eigentlich Nano nicht angucken, weil das kleiner ist, als die Wellenlänge des Lichtes. Und die Wellenlänge bestimmt das Auflösungsvermögen. Also da sieht man nur irgendwas Verschwommenes oder gar nichts. Ja, also Nano ist jedenfalls kürzer, als die Wellenlänge des Lichtes. Aber diese Ameise, die ein Millimeter groß ist oder so, also viel größer. Ein Millimeter sind 1000 Mikrometer und Mikrometer sind wiederum 1000 Nanometer. Also die Ameise ist eine Million mal größer als ein Nanometer. Vorausgesetzt, ich habe das jetzt richtig, 1000 mal 1000. Ja, also, aber das Innenleben der Ameise, das ist Nano. Diese Ameise muss ja zum Beispiel ein Gehirn haben. Ja, also jetzt nicht gerade ein Riesengehirn oder sowas. Aber jedenfalls muss sie in der Lage sein, Fressen zu finden oder irgendwas zu machen, ihren Körper zu steuern und wegzurennen, wenn es gefährlich wird und sowas alles. Also eine Steuerung. Und diese Steuerung ist aber sicherlich ein Nanocomputer, würde man jetzt als Techniker sagen. Da kann man sich fragen, ob man Biologie von technischer Ausdrücke nehmen sollte. Aber jedenfalls das ganze Innenleben dieser Ameise, damit so ein kleines Wesen überhaupt existieren kann, das ist alles Nano. Das sind Nanomaschinen, das nennt man in der Biologie Proteine drin. Deswegen dieses doch einigermaßen, ja, dieses erstmal simpel aussehende Bild. Und dann noch die Frage, wieso das überhaupt geht, dass sie so ein schweres Gewicht tragen kann. Ja, das könnte ich jetzt nicht, wenn man das hochskaliert, dann müsste ich so eine Tonne oder fünf Tonnen tragen. Das werde ich natürlich, also ich klebe auch nicht kopfüber an der Decke. Das klappt nicht, das klappt nur mit Ameisen. Also hat was mit der Größe zu tun. Deswegen dieses Sinnbild. Und was sind denn jetzt die Zielgruppen? Unsere Zielgruppen sind erstmal Physikerinnen und Physiker. Und zwar Lehramt, Physik ab viertem Semester, Bachelor ab viertem Semester und dann eben die Masterstudierenden. Versteht, Student muss Studierende heißen. Ja, und das heißt, es wäre ganz gut, wenn man ein bisschen Ahnung hätte von Physik, wenn man in diese Vorlesung kommt. Ja, ein bisschen Ahnung von Physik heißt bei uns im Konstanz immer, man hat diesen IK 1, 2, 3, 4 angeschaut. Ja, IK ist dieser integrierte Kurs, wo ein Physik, Physikprofessor, nein, ein theoretischer Physiker oder Physikerin und ein Experimentalphysiker beziehungsweise Physikerin zusammenarbeiten. Also zwei Professoren vorne, einer turnen da rum und die zeigen die Physik einmal aus dem Blickwinkel der Theorie, also einen Haufen Formeln und mathematische Werkzeuge, um die Natur zu beschreiben und der Experimentator, der wirklich mit Experimenten kommt, da kann man was vorführen, klappt immer nicht, ist auch sehr unterhaltsam, aber es ist auch eine anschauliche Sicht auf die Physik. Ich bin Experimentator, das heißt, ich werde in meiner Nano-Vorlesung, obwohl wir da einige Quantentheorie machen werden, da mache ich jetzt nicht größere Tourenübungen in der Mathematik, ich versuche den Sinngehalt der Formen zu vermitteln, also anschaulich. Also Mathematik kann man in Theorie-Vorlesungen ausreichend viel lernen, ich mache das Komplementäre dazu, der Versuch ein Verständnis da reinzubringen und das gerade im Nano-Bereich mit also neuen Naturgesetzen ist das ein bisschen schwierig, also es ist nicht schwierig zu verstehen, sondern für mich ist es schwierig, diese abstrakten oder eigentlich fremdartigen Naturgesetze runterzuspannen auf etwas, was man vielleicht verstehen kann, weil Nano bedeutet andere Naturgesetze, die uns fremd sind, also zum Beispiel der Tunneleffekt, also so ein Nano-Objekt kommt durch so eine Betonwand, also das Äquivalent einer Betonwand im Nano-Bereich, die darf eben nur ein Nanometer dick sein, aber dann komme ich durch, wenn ich jetzt so ein Nanowesen wäre, das heißt, ich stehe auf einmal auf der anderen Seite der Betonwand und in der Betonwand bin ich aber eigentlich nicht wirklich, weil das ist ja verboten, ich kann ja nicht in einer Betonwand sein, das wäre jetzt weder für die Betonwand noch für mich gut, aber ich kann da durchtunneln, quantenmechanisch, aufgrund des Wellencharakters der Materie, ja, also das versuche ich dann mal anschauend zu erklären, mal gucken, ob das geht. Dann müssen wir Übungen machen, Übungen sind einmal die Woche, da wäre die Idee, dass wir die entweder bei Konferenzsoftware, aber auf jeden Fall live zu festen Terminen machen, Termine haben wir noch nicht, können die Studierenden sich in die Übung eintragen, hat sie bisher erst einer eingetragen, also das wäre jetzt nicht genug für eine Übung, ja, ein einziger Teilnehmer, auf den würde sich ja das ganze Interesse des Übungsgruppenleiters oder der Leiterin konzentrieren, ja, also die, die Scheine haben wollen, müssen sich auch in die Übung bei Zeus eintragen, ja, und die werden dann also wahrscheinlich per Konferenzsoftware live, also da muss man auch ein bisschen teilnehmen, ab und zu mal was sagen oder vielleicht auch einen Vortrag halten, also Kurzvorträge, mindestens einen wäre die Idee für einen Schein und den Termin haben wir noch nicht, also das werden wir dann noch klären mit den Studierenden in Absprache, wann ist es denn ein guter Termin, ne, also da, und wir können es auch live machen, also in einem Seminarraum gibt es auch, kann man vereinbaren, wir treffen uns in P601 oder sowas, oder gibt es da eben die übliche Übungsgruppe live, geht auch, ich dachte, dass wir das vielleicht den Studierenden überlassen, also zusammen mit dem Tutor oder der Tutorin das abzusprechen, Tutor und Tutorin haben wir auch noch nicht, weil das ist der Beginn des Semesters und es gibt sehr viele Vorlesungen im Wahlangebot und die werden vermutlich nicht alle stattfinden, deswegen wird das Tutorensystem da noch nachjustiert, also es dauert noch die erste Woche, also, ja, okay, kommt alles. Ja, Kredits und Prüfungsleistungen passen sich danach an, wie viele Punkte, wir studieren ja nicht für das Leben, sondern für diese Punkte, da sind diese Kredits, ja, da braucht man so und so viele Kredits, dann kriegt man Bachelor beziehungsweise den Master. Also, für Bachelorabsolventen, die brauchen acht Kredits und dann brauchen wir Masterstudenten, die brauchen zehn Kredits, ist ja ein bisschen schwieriger, aber nicht viel schwieriger und dann gibt es dieses Lehramt physikalisches Wahlmodul, vier Kredits, da muss man teilnehmen in der Übungsgruppe, vor diesem natürlich angucken und Vortrag machen, für die anderen brauchen wir eine Prüfung, das wäre eine mündliche Prüfung, die Länge skaliert hier, ob es zehn oder acht Kredits sind, typischerweise eine halbe oder eine Dreiviertelstunde mündliche Prüfung mit mir, also mit mir, nicht gegen mich, mit mir, wir arbeiten da zusammen, okay? Und dann gibt es übrigens am Ende des Semesters, wenn ich hier durch bin, eine Frageliste, also ich publiziere, ich publiziere auf dieser Homepage, wo ich gerade gesagt habe, wo sie denn, auf der letzten Seite, ich publiziere meine Fragen, meine Prüfungsfragen, ja, also man weiß, was ich frage, allerdings sind ungefähr 300, also davon würde ich natürlich nur zehn oder zwanzig Stellen, wenn man die alle beantworten kann, das ist schon mal sehr gut, aber ich dachte, also die Prüfungsthemen beziehungsweise Fragen ganz konkret, die werden aufgelistet, weil diese Vorlesung interdisziplinär ist und ich kann jetzt nicht ein Buch sagen, weil es sind zehn Bücher und die kann man ja nicht alle lesen, deswegen ganz konkret, was ich hier durchnehme, was ich dann frage, was relevant ist, wird aufgelistet und daran kann sich jeder dann konkret auf die mündliche Prüfung vorbereiten und dadurch ist das eigentlich sehr handelbar, soweit ich das sagen kann. Okay, ja, Teilnahme, Übungsgruppe, mindestens ein Vortrag, also wir haben diese 15 Minuten Vorträge, das ist dann, also das wird irgendwie auf dem Übungszettel, wird angekündigt, halten Sie einen Vortrag über hängende Ameisen, ja, und dann muss man über hängende Ameisen einen Vortrag halten und das sollte jeder einmal im Semester gemacht haben. Mündliche Prüfungen kommen dann am Ende des Semesters, ja, machen wir einen Termin, austreffen uns in irgendeinem Seminarraum, der ist dann mit Plexiglaswänden, jedenfalls bisher so abgeschirmt gewesen wegen Corona und dann stelle ich eine von meinen Fragen auf meiner Liste, also nicht bloß eine, sondern eine Auswahl, also typischerweise zehn Fragen. Achso, das ist falsch, keine Klausur, Klausur haben wir nicht, brauchen wir auch nicht, warum steht, achso, Klausur ist, wenn sich mehr als 30 oder 40 Studierende anmelden, aber so viel haben wir gar nicht im Masterprogramm, also keine Klausur, Klausur haben wir nicht, das ist falsch hier, es liegt daran, dass ich immer diese Folien recycle, also keine Klausur. Ja, und bitte auf Zeus anmelden, das hatte ich glaube ich gerade schon mal erwähnt. Ja, und dann wird es jetzt losgehen. Also, jetzt geht es dann mal mit dem Inhalt los. Organisatorische Details, da warten wir mal jetzt die erste Woche noch ab, da rede ich dann am Freitag, also in der zweiten Vorlesung noch ein bisschen detaillierter darüber, wie wir das jetzt genau mit der Übungsgruppe und überhaupt mit der Vorlesung machen. Es gibt ein Buch, das ist aus 2013, das ist zu der ersten Vorlesung von dem Typ, die ich da mal dazu gemacht habe, schon eine Weile her und ich habe den Inhalt der Vorlesung in einem Sachbuch, das heißt ein populärwissenschaftliches Wissenschaftsbuch, habe ich das publiziert. Da habe ich sogar einen Literaturpreis bekommen, da kriegt man nicht jeden Tag so als Physiker einen Literaturpreis, eigens von der chemischen Industrie, also jetzt nicht gerade so einen richtigen Literaturpreis, weil ich da eben so einen Überblick geliefert habe über das Potenzial der Nanotechnologie oder Nanobiologie, also so interdisziplinär, das fanden die Leute da, da gibt es so einen Fonds der chemischen Industrie und die fanden diese Übersicht über die Möglichkeiten und was Nano überhaupt ist, fanden die ganz gut und vor allen Dingen fanden sie das Cover gut, das ist aber gar nicht von mir, das hat eine Designerin vom Verlag gemacht, der Verlag ist Weile VCH, so ein Wissenschaftsverlag und das ist hier so ein Fliegenauge, also das hat schon was. Ein gutes Cover für ein Buch ist auch schon mal was, spielt eigentlich dann gar keine große Rolle mehr, was da drin steht, weil man verschenkt Bücher und dann kriegt man Bücher geschenkt und die stellt man irgendwo hin, aber ich weiß nicht, ob da so viele Leute diese Bücher eigentlich wirklich lesen, Hauptsache man hat sie im Regal stehen. Gut, also jedenfalls gibt es dieses Buch und ja, der Inhalt dieser Vorlesung ist nicht der Inhalt des Buches, weil das ist ja eine Vorlesung für Leute, die jetzt wirklich ernsthaft studieren und das Buch ist für Menschen, die nicht studieren, also jedenfalls normale Menschen, also sagen wir mal, die irgendwas ganz anderes studieren, ja, also man kann ja zum Beispiel Philosophie studieren und sich dann mal in Nano versuchen einzulesen, dafür ist dieses Buch hier gesagt. Trotzdem werde ich mich in der Vorlesung, also trotzdem das Niveau in der Vorlesung, also mathematisch, wissenschaftlich, physikalisch höher liegt, werde ich mich nach der Gliederung halten, weil die Gliederung, die gefällt mir einigermaßen und zwar machen wir mit der Einführung los, ja, ist eigentlich immer so, jeder Vortrag fängt mit so einer Auflistung des Inhalts an und der erste Punkt ist immer Einführung. Ja, egal was, also insofern, das ist jetzt aussagelos, da steht immer Einführung, aber ich mache trotzdem eine Einführung, eine Einführung heißt bei mir eben auch ein Quiz, ich mache da ein Quiz. Gut, dann sage ich was zur Geschichte, Geschichte der Nanotechnologie, die ist jetzt noch nicht so lang, aber die Geschichte der Fertigungsgenauigkeit, der Mensch kann nämlich Werkzeuge fertigen, Tiere eigentlich nicht, eigentlich, weil es ja immer Ausnahmen gibt, es gibt schon Tiere, die Werkzeuge verwenden, zum Beispiel Vögel verwenden einen kleinen Zweig, um irgendwo einen Wurm aus so einem Wurmloch auszuprökeln, die nutzen also Werkzeuge, aber sehr selten und sehr begrenzt und vor allen Dingen formen sie das Werkzeug nicht, sie nehmen einen Zweig, diese Vögel, der zufällig gerade gut passt, aber sie formen nicht einen Zweig, also wir würden zum Beispiel ein Holzwerkzeug aus dem Zweig oder aus dem Ast ja zurechtschnitzen, ja, zum Beispiel irgendwas zum Piksen, ja, Zahnstocher, das würde man zurechtschnitzen, dann brauchen wir wieder Messer, also müssen wir erstmal Messer haben, dann brauchen wir Metall und so weiter, also wir können Materieformen verändern, wir können Metall herstellen, das gibt es ja sonst nicht frei in der Natur, muss man erstmal herstellen und dann können wir es formen, schmieden oder sowas, das machen nur Menschen und das hat eine Geschichte und es gab irgendwann mal das erste Werkzeug, das erste Artefakt nennt man das, ein Objekt, was man irgendwo in tiefen Erdschichten, das heißt lange her, also man muss ja irgendwas ausgraben, weil alles, was in der Vergangenheit war, sinkt immer tiefer, kann man sich überlegen, warum das eigentlich so ist, warum müssen Leute, die die Vergangenheit erforschen, eigentlich immer graben, das könnte auch oben aufliegen, aber das liegt daran, dass wir immer mehr Müll produzieren und deswegen die Schichten oben drüber immer dicker werden, also tiefer unten und da gibt es dann irgendwann in einer bestimmten Tiefe diese Dinosaurierknochen, da soll es tun, es gibt keine Artefakte, zum Beispiel Schweizer Uhren oder sowas, die sollten da unten nicht rumliegen, weil die gab es damals nämlich noch nicht in der Vergangenheit, sondern es geht irgendwann mal los, dass das so ein erstes Artefakt erscheint, ab so einer bestimmten Höhe, so und so lange her, also ein Objekt, was durch eine Intelligenz geformt wurde, und wann war das denn, wann ging das denn los, dass es Intelligenzen gab, ist noch nicht so lange her, ja heute gibt es Intelligenzen, das denken wir jedenfalls selber machen, okay, das ist die Geschichte, dann die Natur, ja Natur, was hat Natur mit Nano zu tun, ja zum Beispiel das Fliegenauge, diese einzelnen Sehzellen sind Nanotechnologie, also nicht Nanotechnologie, sondern Nanobiologie und dann wäre es schon mal wichtig, dass man doch mal aufzeigt, dass Leben auf der Nanoebene basiert, auch richtig, wie ich hier so stehe, das funktioniert nur, weil ich, ich bestehe glaube ich auf 100.000 Milliarden, 100.000 Milliarden, das wäre jetzt sogar für die EU viel in Euro, ja 100.000 Milliarden Zellen und in jeder Zelle ist zum Beispiel der Bauplan des Menschen gespeichert in Form dieser Chromosomen, der ganze Bauplan in jeder Zelle und das sind 100.000 Milliarden, wenn ich mich nicht verzählt habe, ja muss also relativ komprimiert gespeichert sein, dieser Bauplan, das ist Information auf Nanoebene, dann gibt es Nanospeicher, Informationsspeicher, die jeden Computerspezialisten erblassen lassen, wegen der hohen Speicherdichte, also die Natur hat sehr viel mit Nano zu tun, sie ist eigentlich Nano, ja das können wir noch nicht so gut. Dann die Gesetze, das sind die quantenmechanischen Gesetze, die werde ich durchsprechen und wie gesagt aus der Sicht des Experimentators. Dann die Werkzeuge, wir haben bisher nur begrenzten Zugang auf die Nanoebene, weil es uns an Werkzeugen mangelt, ja also ich, also es gibt dieses Bild mit diesen dicken Handschuhen, ja wir haben mal so unglaublich furchtbar dicke Handschuhe, wir können auf der Nanoebene nichts machen, das geht nicht, also direkt können wir gar nichts machen, auch nicht mit einer Pfeile und einer Pinzette auch nicht, wir können auf der Nanoebene eigentlich nur mit Strahlen arbeiten, also Lichtstrahlen, Laserstrahlen, Elektronenstrahlen, sowas in der Richtung, um so fein strukturieren zu können. Die Werkzeuge, das sind eben sehr spezielle Werkzeuge, die Zugriff auf die Nanoebene erlauben. Und weil wir solche ersten Werkzeuge haben, um was Nano zu strukturieren, deswegen gibt es überhaupt Computerchips, weil die sind so fein, da kann man nicht, also mit Hammer und Meißel ran oder sowas, sondern das ist unglaublich fein strukturiert, da ist nichts mehr mit Handarbeit und auch nicht mit normalen sogenannten Span abhebenden Maschinen, also kann man nicht mit einer Fräse ran oder so, auch nicht mit einem normalen Laser, das erfordert schon, es geht mit Lasern, aber Lithographie Methoden, die sehr hoch entwickelt sind, sonst würde es gar nicht gehen mit den Computerschips, das also Werkzeuge. Dann Nanopartikel, da haben wir viele Angst vor, Nanopartikel, also Feinstaub, Ultrafeinstaub, was die für eine Bedeutung haben und die haben eine gewisse Bedeutung, es gibt auch neue Materialien aus Nanopartikel, feinkörnige Materialien. Anwendungen, was gibt es eigentlich für Anwendungen? Das heißt, das zeige ich jetzt gleich mal in der Introduction, warum diese Vorlesung relevant ist. Das ist ja immer so wichtig, dass man, also auch wenn man überhaupt irgendwas macht, man stellt ein Projekt vor, will Geld einwerben, warum ist das relevant, interessiert doch keinen Menschen, was sie da planen. Deswegen, man muss diese Anwendungen, die machen wir extra in einem Kapitel, aber ich will in der Introduction jetzt gleich mal ein paar Beispiele bringen, warum Nano relevant ist. Und da gibt es aber dann richtige Anwendungen. Und dann natürlich IT, also Information Technology Computer, da geht die Post ab, wegen Nano. Und dann die Nano gefahren, da gibt es so Visionen von so Nanomaschinen, die die ganze Welt auffressen, irgendwie ein Staub zermalmen. Also gibt es Hollywood-Filme. Also es gibt eigentlich Filme, habe ich so festgestellt, jetzt in der Pandemie habe ich relativ viel Fernsehen geguckt, ja. Irgendwann gehen einmal diese Filme aus und dann guckt mal so relativ verzweifelt auch auf diesen Privatsendern herum mit diesen ganzen Werbeunterbrechungen. Und da gibt es unzählige Weltuntergangsfilme, ja, wegen allem möglichen. Meteoritenabsturz, auch gerne Überhitzung natürlich. Und dann gibt es Überflutungen, auch riesige Flutwellen, weiß gar nicht, wo das ganze Wasser mal herkommen soll. Oder auch Rieseninsekten, die alle Menschen auffressen. Oder es gibt auch eine Spinnenplage. Ja, und natürlich auch Nanomaschinen. Da gibt es ein Science-Fiction, da landet irgend so ein komisches Raumschiff mit so einem riesigen 100 Meter hohen Roboter. Und der lässt letztendlich Nanomaschinen auf die Menschheit los, weil sich herausgestellt hat, dass diese Menschen sind doch Mist irgendwie. Die werden dann eliminiert von der überlegenen Intelligenz. Ja, ist eigentlich so eine Sintflutthematik. Ja, also früher hat man eben noch mit Wasser gearbeitet und heute mit Nanomaschinen, die alles zerstören. Ja, natürlich wird die Menschheit im letzten Augenblick gerettet, weil doch ein, zwei gute Menschen noch existieren. Und dieser Vertreter der übergeordneten Intelligenz entscheidet sich im letzten Augenblick, die Nanomaschinen abzuschalten, die dann alle so runter regnen und am Boden liegen. Ja, das ist eigentlich eine Sintflutidee. Es gibt einige wenige gute. Ja, aber jetzt die Frage ist, in dieser Vorlesung sind diese Nanomaschinen, ist das denkbar, dass man so eine Nanomaschine hat? Also eine Nanodrohne, die kann man gar nicht sehen, die fliegt irgendwo rum und auf einmal piekt sie ein. Ja, interessante Sache. Also gibt es das? Oder ist das Spinnerei? Oder sind die Nanopartikel vielleicht gefährlich? Also Nanofeinstaub. Ja, da gibt es ja zum Beispiel das Dieselfahrverbot. Das hat was mit Feinstaub zu tun. Also diese Gefahren bin ich da. Und dann natürlich die Visionen. Was haben wir denn von Nano? Was sind die Visionen von Nanotechnologie? Das machen wir am Ende. Na gut. Ja, also das sind die Sachen. Wir fangen also mit der Einführung ein. Hier habe ich jetzt die konkrete Auflösung. Jetzt nicht das, was ich plane. Was ich gerade gesagt habe, die sind ungefähr zehn oder wie viele Kapitel waren es? Zehn Kapitel, das ist die Planung. Und kein Plan überlebt die Realität. Das ist die Realität. Also das sind die Termine. Habe ich jetzt noch nicht ganz zu Ende eingetragen, bis zum Ende des Wintersemesters. Und das ist das, was ich plane durchzunehmen. Und ziemlich wahrscheinlich, deswegen steht das hier schon, dass ich tatsächlich heute die Einführung hinkriege und morgen, nein nicht morgen, Freitag, dann die Geschichte der Fertigungsgenauigkeit. Wir publizieren das ja auf YouTube und dann kriege ich dann so empörte Rückmeldungen, dass auf meinen Folien Druckfehler sind. Ja, hier ist zum Beispiel so ein L drin. Sehe ich jetzt, weil ich so unmittelbar davor stehe. Das tut mir jetzt ein bisschen leid. In meiner Vorlesung sind Fehler. Ja, so ein Professor macht auch Fehler. Wenn ich keine Fehler machen würde, wäre ich ja fehlerfrei und dann hätte ich bestimmt einen besseren Job. Also jedenfalls mit einem höheren Verdienst. Also allwissend und keine Fehler. Ja, das wäre ja fast so ein höheres Wesen. Also ich mache eben leider Fehler und sehe ich jetzt gerade einen. Da gibt es noch mehr Fehler, auch inhaltliche Fehler. Tut mir ein bisschen leid. Aber ich will ja Leute zum Denken bringen. Also zum Beispiel könnte ich jetzt argumentieren, ja Leute, ich will euch zum eigenständigen Denken erziehen. Also müsst ihr die Fehler finden und ankreuzen. Ich mache absichtlich Fehler, damit ihr nachdenkt. Ich rede Unsinn, damit einer sagt, oh, das war jetzt Unsinn. Und dann habe ich mein didaktisches Ziel erreicht. Ja, also jetzt, das wäre jetzt eine sehr hochtragende Erklärung für diesen Fehler. Also es ist wirklich ein Flüchtigkeitsfehler. Ich tippe das eben hier irgendwann mal ein und muss diese Vorlesung vorbereiten und dafür habe ich nur endlich viel Zeit. Ich kann ja jetzt nicht 20 Stunden nur diese Transparencies hier bereiten. Das geht nicht. Also deswegen die Fehlerquote hat, was damit zu tun, dass man effizient arbeitet. Okay, also ja, also warum denn jetzt überhaupt Nano? Und da habe ich mal diese beiden, ja sagen wir mal Listen von Stichpunkten genommen. Die sind schon älter. Da sollte ich mal irgendeinen Vortrag draußen halten. Also mit draußen meine ich außerhalb der Universität in der realen Welt und sollte erklären, was sind denn erstmal die Grenzen des Wissens? Was wissen wir denn noch nicht? Wissen wir denn alles als Physiker? Ja, also wie gesagt, die Sache mit dem Allwissen, da kommt man ja schnell in so höhere Sphären von überirdischen Wesen. Ja, also wir haben Grenzen des Wissens, auch wenn man das vielleicht gar nicht so denkt als Physiker, dass man doch relativ viel weiß. Dunkle Materie wissen wir aber eben zum Beispiel nicht. Erster Punkt da. Und dann die Visionen. Was könnte sich denn noch ein bisschen verbessern? Ja, da sind so deutlich unterschiedliche Visionen. Ja, also im Wahlkampf jetzt gerade 2021 war Bundestagswahlkampf, da gab es ja auch so Visionen, die sich also auch stark unterschieden, wie man sich die Zukunft vorstellt. Ja, der Physiker hat da so ein bisschen höhertragende Visionen. Die kam im Wahlkampf eigentlich überhaupt nicht vor. Die habe ich hier mal aufgelistet. Und dann habe ich Rot-Nano immer dazu geschrieben, wo ich denke, dass Nano relevant ist. Und das waren erstaunlich viele Punkte. Also wie gesagt, diese Folie mit diesen beiden Listen, die gab es schon vorher. Und für diese Vorlesung habe ich mir überlegt, ich zeige jetzt diese beiden Listen und tue überall da, wo Nano vorkommt, Nano dran. Und dann sieht man, dass Nano unglaublich relevant ist. Dunkle Materie ist das Nano. Er ist eigentlich Sub-Nano. Weil Dunkle Materie, das heißt zusätzliche Gravitationswirkungen, die wir im Universum beobachten, zum Beispiel bei der Rotation von Galaxien, da gibt es eine zusätzliche Gravitationswirkung. Das müssen Massen sein. Aber was es ist, wissen wir nicht. Es könnten aber neue Elementarteilchen sein, die wir noch nicht kennen. Also sie sind nicht neu, die gibt es ja schon. Aber wir haben sie noch nicht entdeckt. Und Elementarteilchen, okay, das ist eigentlich Sub-Nano. Das ist kleiner als ein Nanometer. Aber das ist natürlich eigentlich jedenfalls in der Ägide der Quantenmechanik und damit unter den Naturgesetzen der Nanowelt. Da gibt es also vielleicht neue Elementarteilchen. Dunkle Energie ist noch schlimmer. Das hat was mit Vakuumfluktuationen zu tun. Da sind wir tief in der Quantenmechanik, Quantisierung des Wellenfeldes. Und das ist auf jeden Fall Nano. Also zumindest die Gesetze der Nanowelt. Dunkle Energie ist übrigens die Energie, die die Expansion des Universums beschleunigen lässt. Also es beschleunigt tatsächlich. Das Universum expandiert immer schneller. Und da muss es einen Antrieb geben. Wenn ich ein Auto beschleunige, muss ich auch Gas geben. Wo kommt das Gas? Also die Energie her. Dunkle Energie. Wissen wir nicht, was das ist. Kosmologische Konstante hat was mit der dunklen Energie zu tun. Da ist mir jetzt aber nicht Nano eingefallen. Das hat irgendwas ganz Grundsätzliches mit der Struktur der Raumzeit zu tun. Und da dachte ich mal, es ist jetzt nicht Nano. Die vier Naturkräfte werden vermittelt über Wechselwirkungsteichen. Zumindest drei von den vier ist sicherlich Nano. Also das sind neue, nicht neue, sondern vorhandene. Also Photonen zum Beispiel. Elementarteichen. Quantenphysik ist eben genau die Physik der Naturgesetze in der Nanowelt. Quanteninformation. Quantencomputer. Das hat was mit künstlicher Intelligenz zu tun. Das ist gerade so ein Hype. Also finde ich auch faszinierend. Ich will mal versuchen, in dieser Vorlesung auf Quantencomputer einzugehen. Aber es ist so ein bisschen sehr anspruchsvoll, muss ich sagen. Aber das ist schon was Tolles. Also hat was. Ja, dann haben wir die Gravitation. Da sehe ich jetzt erstmal kein Nano. Naturkonstanten. Ja, Naturkonstanten gibt es ganz viele. Sind Nano oder nicht Nano. Zeichenmassen sind sicher Nano. Wir wissen nicht, warum das Elektron so schwer ist, wie es ist. Und warum es rund 2000 Mal leichter ist als das Proton. Also eigentlich Subnano. Also kleiner als Nano. Aber wiederum die Domäne der Quantentheorie. Urknall. Da habe ich auch Nano dran geschrieben. Also ist die Frage, wie ist der Urknall zustande gekommen. Und wir haben nur eine Chance, den Urknall zu verstehen, wenn wir die Relativitätstheorie von Albert Einstein, und zwar die allgemeine, also die für Fortgeschrittene, vereinigen mit der Quantentheorie. Vor allem im Urknall war alles ganz klein und war extrem hohe Massendichte. Also starke Gravitationseffekte. Und das muss vereinigt werden. Das ist nicht gelungen. Die beiden Theorien, zwei Grundtheorien der Physik, Gravitation und Quantentheorie, die sind nicht kompatibel, passen nicht zusammen, so wie Apple und Windows. Das war jetzt ein blödes, blödes Beispiel. Also jedenfalls passt nicht. Die Stecker passen überhaupt nicht. Und wenn das nicht gelingt, können wir den Urknall nicht verstehen. Ob wir ihn verstehen, sollte es uns gelingen, Gravitation und Quantentheorie zu vereinigen, das ist noch die Frage. Aber es ist jedenfalls die Idee, dass wenn uns das gelänge, hätten wir eine bessere Chance, diese Sache mit dem Urknall zu verstehen. Antimaterie sehe ich jetzt gar nicht. Reckte Brücke zu meiner Vorlesung. Ja, und die Zeit selber. Was ist Zeit? Darüber, also super schwieriges Thema, aber nicht richtig Nano. Okay, Entstehung des Lebens ist Nano. Da habe ich jetzt eine Konferenz, also in meinem Fachgebiet, in meinem Fachgebiet sind übrigens Nanopartikel, die standen vorhin eines dieser Kapitel da von den Szenen. Ich mache Nanopartikel, sogenannte Cluster. Cluster sind noch kleiner als Nanopartikel und die bestehen aus so wenigen Atomen, dass man sie zählen kann. Also C60 ist zum Beispiel so ein Cluster, der besteht aus 60 Kohlenstoffatomen und hat ziemlich genau die Form eines deutschen Fußballs, an Soccerball. Ja, also das ist mein Fachgebiet. Und dann mache ich eine Konferenz und da haben wir immer so Specials, also so Einschübel, dann wollen wir irgendwann was anderes hören als immer nur Cluster, Cluster, Cluster. Und ein Special ist Origin of Life. Das wollten die Kolleginnen und Kollegen auf meiner Konferenz. Und da gibt es also drei oder vier Vorträge über die Entstehung des Lebens. Das muss auf molekularer Ebene geschehen sein, selbstkopierende Moleküle, sowas wie RNA vielleicht. Und da wollte ich mal die neuesten Erkenntnisse hören. Das ist offen, aber das ist sicherlich auf der Nano-Ebene damals, vor vielleicht 3,5 Milliarden Jahren oder knapp 4 Milliarden Jahren so gewesen. Und wir wissen auch nicht so richtig, wieso wir eigentlich altern. Möglicherweise in unseren Genen codiert, wie alt wir werden können. Maximal 120 oder sowas. Das ist so die, wenn man überhaupt nicht krank wird und super gesund lebt und so, dann kann man maximal 120 ungefähr werden. Das wäre so die programmierte Halbwertszeit. Ne, nicht Halbwertszeit, sondern Lebenserwartung. Aber die ist genetisch irgendwie bestimmt. Das sind allerdings, ist nicht bloß ein Gen, sondern ein ganzes Netzwerk von Genen. Und wenn man es rausfindet, dann könnte man natürlich an dieser Stellschraube in den Genen, könnte man drehen und sagen, und nicht 120, ich möchte gerne 240 Jahre leben, dann hat man ein bisschen mehr Zeit, dann braucht man nicht so hektisch zu studieren. Ja, also das ist Nano-Ebene. Und wenn wir diese Nano-Ebene in der Biologie jetzt, wenn wir die erfassen, beherrschen, können wir Lebenserwartungen verändern. Das wäre so eine Vision. Ja, hier sind Visionen. Außerirdisches Leben, das hat sicher was mit Nano zu tun, weil Leben ist auf der Nano-Ebene. Aber das ist so eine Vision. Entdecken wir außerirdisches Leben. Ja, man müsste eigentlich einen Planeten finden, der eine Sauerstoffatmosphäre hat. Das wäre schon mal ein starker Hinweis auf Leben, Photosynthese. Nein, so freien Sauerstoff gibt es nicht einfach so im Universum. Das hat was mit Photosynthese zu tun. Überlichtgeschwindigkeit. Ja, da gibt es Experimente zu. Hört sich so ein bisschen durchgeknallt an. Das widerspricht der allgemeinen Relativitätstheorie und zwar an allen Ecken und Kanten. Und doch gibt es Publikationen mit richtigen Messungen dazu. Ich meine jetzt Quantenteleportationen. Das sind ja Nano-Quanteneffekte. Ja, neue Energiequellen. Das will ich jetzt nicht neu ernähren. Batterien mal auf alle Fälle, aber doch, ich erläutere es. Fusionen. Also ich als Physiker finde Fusionen jetzt gut. Sollten wir einen anderen Planeten entdecken, der eine Sauerstoffatmosphäre hat oder vielleicht auch Kontinente und Wasser und sowas alles, kann man mit besseren Teleskopen dann auch vielleicht sehen. Dann wollen wir da hin. Also wenigstens mit einer Sonde. Ja, und das geht eben nicht mit Sonnenenergie. Also in den interstellaren Bereich stoßen wir nur vor mit Fusionen. Und für Fusionen brauchen wir Magnetfelder, jedenfalls die gängige Fusionen. Und Magnetfelder machen wir mit Hochtemperatur-Supraleitern oder noch besser mit Raumtemperatur-Supraleitern. Und da sind wir im Nano-Bereich. Raumtemperatur-Supraleitern gibt es doch nicht. Da gibt es eigentlich schon in ganz bestimmten Extremfällen den Effekt bei Raumtemperatur. Aber jedenfalls wäre da Nanomaterialien ein. Punkt. Neue Energiequellen, also eine Hochtemperatur. Raumtemperatur-Supraleiter für Fusionen ist eine konkrete Vision. Das in Nanomaterialien wahrscheinlich. Und dann haben wir auf einmal so einen kleinen Fusionsreaktor. Ist eine Vision. Günstliche Intelligenz, Quantencomputer. Ja, also es gibt ja natürliche Dummheit und günstliche Intelligenz. Beides Nano. Dann Gedankenlesen. Gedankenlesen ist Nanowissenschaften. Also zum Beispiel abbildende Technologien, die weniger als ein größeres Auflösungsvermögen haben als MRT, Magnetic Resonance Tomographie. Die hast du um einen Zehntel Millimeter im Augenblick. Aber wenn wir das noch besser machen könnten. Wir sind beim Nano-Bereich. Wenn wir Gedankenlesen von außen könnten. Wäre sehr interessant zum Beispiel bei Verhören in diesen ganzen Krimis. Da sitzt man eine Haube auf und dann sieht man, der lügt oder die lügt. Also Nano ist das auch. Keine Krankheiten. Krankheiten wie Krebs passieren auf der Nano-Ebene. Es ist Zellkommunikation, die fehlerhaft läuft. Die Krebszelle kann sich vermehren, soll sie aber nicht und der Körper erkennt es nicht. Das ist Kommunikation zwischen den Zellen auf Nano-Ebene. Kein Altern, habe ich gerade erklärt. Dieses extreme Altern ist kodiert in unseren Genen wahrscheinlich. Und das wissen wir einfach noch nicht. Gene sind Nanotechnologie. Design neuer Lebewesen. Ja, jetzt kann man sagen, ach du Schreck, jetzt macht er auch noch einen auf Frankenstein. Ich dachte eigentlich an irgendwas weniger Gruseliges. Und zwar, wenn wir dieses Klimaproblem anschauen. Erhöht sich ja diese CO2-Konzentration in der Atmosphäre. Und diese Pflanzen, die sind so powerful, die Landpflanzen auf der Nordhalbkugel, dass im Sommer der Nordhalbkugel trotz der permanenten Emissionen des Menschen die CO2-Konzentration in der Atmosphäre messbar runtergeht. Das heißt, die Pflanzen, die Landpflanzen auf der Nordhalbkugel sind einfach mehr als auf der Südhalbkugel. Nordhalbkugel ist Wasser. Nordhalbkugel, die sind so powerful, dass sie mit einer Rate von 20 ppm pro Jahr, das ist die Rate, wenn sie richtig wachsen, leider nur ein paar Monate lang, das CO2 extrahieren können. Also die bauen das in Holz oder sowas um. Ja, das ist aber leider nur ein paar Monate und dann ist Schluss und dann geht die CO2-Konzentration wieder hoch. Günstliches Lebewesen wäre eine Pflanze, die einfach die ganze Zeit wächst, solange überhaupt die Wachstumsbedingungen okay sind. Also über 0 Grad und Sonne und dann wachsen die. Also eine Pflanze, die seinen Zweck hat, CO2 aus der Atmosphäre zu extrahieren und in irgendeine Substanz, also Holz zu bringen, die dann also haltbar ist und nicht. Also soll man dann auch nie wieder verbrennen. Aber dann gibt man das CO2 ja, was mühsam extrahiert wurde mit der Photosynthese, wieder zurück an die Atmosphäre. Und das heißt, solche optimierten Pflanzen für CO2-Extraktion kann man auch mit Züchten machen, kann man aber auch mit Gentechnik machen. Das wäre so eine Idee um diese 20 parts per million pro Jahr. Also wir erhöhen die CO2-Konzentration um 2,2 oder 2,3 parts per million pro Jahr, wenn wir diese extrem starke Periode der Extraktion durch Photosynthese verlängern könnten. Also nicht bloß von, was ist das, Mai bis September, sondern sagen wir mal von Februar, März bis November, wenn man solche Pflanzen hätte. Man kann das verändern durch Gentechnik oder durch Züchten. Züchten dauert ein bisschen länger. Klimakontrolle über Nanopartikel wird diskutiert, wird daran geforscht. Höhere Mobilität. Ja, also wir sollen jetzt weniger fahren, rumfahren wegen Klimaschutz. Ja, also mehr zu Hause bleiben. Das liegt mir jetzt nicht so, muss ich sagen. Also ja, ich kann natürlich weniger reisen. Also diese ganzen Begutachtungen, was man als Wissenschaftler, da muss man mal andere Wissenschaftler begutachten. Okay, ich kann die auch per Fernsehung über Video begutachten. Was ihr da macht, ist totaler Mist oder so. Da muss ich jetzt nicht extra da hinfahren, aber so überhaupt nicht mehr wegfahren. Ja, das hat irgendwas Begrenztes. Also ja, also ich meine, ich muss schon, also ich habe zwei Labors in Baltimore mit meinem Kooperationspartner an der Johns Hopkins. Die kennt man jetzt wegen Corona, Johns Hopkins. Aber ich arbeite nicht mit der Medizin, sondern mit der Chemie zusammen. Also wir forschen da an Nanopartikeln. Und wenn ich da nicht mehr hin kann und nur in Konstanz bin, dann finde ich das jetzt schon irgendwie so ein bisschen, also ich will jetzt nicht sagen beschränkt, aber es hat irgendwas Begrenztes, ja auch vom Denken her. Also ich bin ja alt, also ich kenne über mein ganzes Leben lang diesen Fortschritt und das hat was mit Mobilität zu tun, dass man irgendwo hin kann. Dass man nicht bloß in einem, also im Mittelalter saß man auf seinem Bauernhof und hat nur diesen Bauernhof und vielleicht das Nachbardorf auf dem Markt kennengelernt und ist da mit dem Pferdekarren hin. Ja, das hat sowas Begrenztes. Naja, also und ich denke, dass Nanotechnologie, also Batterietechnik zum Beispiel, Elektroautos, dass das durchaus die Mobilität auch erhöhen könnte und trotzdem umweltfreundlich ist. Da hat Nanolösungen und da müssen wir dran arbeiten mit mehr Technologie und Wissenschaft. Also da ich Wissenschaftler bin, bin ich sehr für Wissenschaft. Also das sind Visionen. Nano ist also bedeutend. Man muss mal eine Vorlesung hören. Das ist die Idee dieses Advertisements hier. Ja, und jetzt fangen wir mal an mit der Einführung. Also das war jetzt alles noch nicht Einführung, sondern Vorbereitung der Einführung. Also die Einführung dauert noch ein bisschen länger. Das hier ist so die Idee des Abtauchens in die Welt des ganz Kleinen. Das ist ein Stecknadelkopf und da muss man so einen Zwirn durchstecken. Das ist diese Sache mit, wenn man so kurzsichtig ist oder weitsichtig, also jedenfalls nicht so gut gucken kann, dann muss man da so einen Faden da durch eine Nadel, eine Nähnadel durch diese Öse da durchfädeln und das ist ja bekannterweise schwierig, weil es so klein ist, ja. Und das hier ist ein Elektronenmikroskopaufnahme mit einem bestechenden Kontrast und dieser extrem hohen Auflösung. Die Auflösung ist viel höher, also kann man noch die Feinheiten hier von diesen Fasern in diesen einzelnen Fäden auflösen. Aber das ist jetzt mal auf ganz so ein Übersichts-Scan des Rastertunnel-Mikroskops geschaltet und nach der Überblicksaufnahme und hier sieht man diesen bestechenden hoher Auflösung, das Potenzial noch viel höhere Auflösung zu haben und das geht jetzt mit dem normalen Mikroskop nur noch schlecht, mit dem optischen Mikroskop. Das ist mit einem Elektronenstrahl aufgenommen. Ein Raster-Elektronen-Mikroskop und die Skala ist hier ein Millimeter. Hier unten habe ich immer die Bildquellen angegeben. Das ist von meiner Vorlesung, von der ersten Vorlesung, die habe ich 2011 gehalten, da war das noch nicht so ein Theater mit diesem Ursprung, also Urheberrecht. Also ich hoffe hier in der Universität in Alberta, in Kanada, dass das in Ordnung ist, wenn ich dieses Bild hier in dieser Vorlesung verwende, die noch immer videomäßig, coronamäßig stattfindet, also sozusagen immer noch ein bisschen Notlage und jetzt nehme ich eben diese Bilder her. Okay, also es ist auch ein ziemlich altes Bild, aber durchaus immer noch richtig. Das auch, ist auch aus der alten Vorlesung hier übernommen. Die Welt ist ganz klein, das sind Mikrometer, gerade habe ich gesagt Millimeter und die Grenze für den Menschen, dass man so überhaupt noch was vernünftig wahrnehmen kann, ist ungefähr ein Zehntel Millimeter. Also 100 Mikrometer wären das, ein Zehntel Millimeter. Also Millimeter ist ja noch, kann man noch gut sehen, ist so ein Abstand zwischen meinen beiden Fingern hier, da sieht man auch durchaus ein Gap. Ein Zehntel Millimeter, da wird es dann schon schwierig, wenn jetzt meine beiden Finger, hier Zeigefinger und Daumen nur noch einen Abstand von einem, geht gar nicht, zittere ein bisschen, von Zehntel Millimeter hätten, das würde ich nur noch schlecht sehen. Ein Zehntel Millimeter ist für Handarbeit und auch was wir mit bloßem Auge erkennen können, so eine Grenze. Also ein Zehntel Millimeter darunter, weil noch für eine höhere Auflösung feineres Arbeiten gefordert ist, jetzt schwierig, also von Hand und mit bloßem Auge. Ja, ein Zehntel Millimeter Dicke wäre so ein menschliches Haar, also 50 Mikrometer dick, also manche haben ja dicke Haare, dünne Haare, das ist nicht alles gleich dick, aber hier dieses hat eben 50 Mikrometer, das ist die Hälfte eines Zehntel Millimeters. Das ist also menschliches Haar, so dünn, dass wir das Haar zwar noch sehen können, aber wenn wir sowas formen sollten, nehmen wir an, ich soll jetzt aus Holz so ein Haar schnitzen, das wäre jetzt zu dünn, das könnte ich nicht, ich kann nicht irgendwas, was ein Zehntel Millimeter dick ist, einfach von Hand fabrizieren. CD, das sind diese alten optischen Speicher, ich weiß nicht, ob die überhaupt noch verwendet werden, weil heute geht alles auf so einen USB-Stick, weil die eine höhere Speicher, die ich den inzwischen haben, aber es waren so optische Dinger, also solche Scheiben, die stammten noch aus der Zeit eigentlich vom Denken her der Schaltplatte. Also so eine alte Shellac-Schaltplatte, diese schwarzen Dinger, so groß ungefähr, und da rumpelte so eine Nadel drüber vom Schaltplattenspieler und die vibrierte dann mit diesen Rauigkeiten in der Furche von dieser schwarzen Schaltplatte wie der Ton eben, dann vibrierte die und da konnte man Ton mit aufzeichnen, aber das ist eine mechanische Aufzeichnung, die dreht sich dann mit einer bestimmten Geschwindigkeit, die Nadel hüpft über diese Unebenheiten und schwingt dann genau so, wie der aufgezeichnete Ton ist. Und dann hat man das optisch gemacht mit einer CD, da hat man optisches Signal hier und das hat man mit dem Laser dann mit dem CD-Player ausgelesen, da hat man das also mit dem Laser eingebrannt und dann auch ausgelesen und da sind wir hier auch im Bereich sogar von unter einem Zehntel Millimeter, also wir tauchen jetzt weiter in noch kleinere Strukturen, hier sind wir bei 10 Mikrometer, das ist jetzt hier die Länge dieses Files, das heißt die einzelnen Datenbits, das sind die Bits hier von, also so kreisförmig, hier sieht man so ein Segment der CD, die sind schon ganz schön klein, aber nicht Nano, die sind immer noch Mikro, 1, 2, 3 Mikrometer große Bits auf der CD und offene CD, eine normale alte CD, da konnte man eben vielleicht eine Stunde Musik, nicht Filme, Filme brauchen viel mehr Daten, Musik speichern. Hier ist die Originalgröße neben dem H, also die einzelnen Bits, die sind schon so klein, dass man so ein H ordentlich mit Musik eigentlich beschreiben könnte, wenn man da sowas einbrennen könnte. Und hier, diese Bits sind ungefähr so groß auf der CD, also ein Bits ist so eine Dateneinheit, wie ein Lymphozyt, ich glaube es sind Lymphozyten hier, typische Größe einer eukaryotischen Zelle, also eine Zelle, wir bestehen aus, ich glaube 100.000 Milliarden Zellen, eine Zelle hat eine Größe von ein paar Mikrometer bis 10 Mikrometer, es gibt auch nur größere Zellen, aber jedenfalls so in dieser Größe, so hier, die können wir gerade eben nicht mehr sehen, also diese normalen, unsere Zellen, es gibt auch kleinere Zellen, Bakterien sind nur ein Mikrometer groß, aber das sind so bestimmte Blutzellen, diese Lymphozyten und die sind schon relativ groß im Vergleich zu diesen Pixeln auf einer CD. Also da hat die Aufzeichnungsindustrie, wann gab es CDs, vor 30 Jahren oder so, hatte schon eben die Größe zumindest von diesen Zellen unterschritten. Allerdings das Innenleben der Zelle, das sind ja Lymphozyten, die haben bestimmte Funktionen, ist viel komplizierter und geht weit in der Strukturierung in den Nano-Bereich rein. Sonst würden, man sieht dann nur das so, wie wenn ich, was weiß ich, ein Auto oder ich sehe diesen Bildschirm von außen, aber dass der natürlich ein Bild projizieren kann, das liegt daran, dass der Nano strukturiert ist, dieser riesige Bildschirm hier im Hintergrund, auf den ich immer zeige. So ist das auch mit den Lymphozyten, man sieht da irgendwie aus wie diese Kokosnusspralinen, aber die haben ein heftiges nanomäßiges Innenleben. Das können wir eben noch nicht. Wir können kein Lymphozid künstlich herstellen. Zu klein, das Innenleben. Gut, also zum Vergleich. Also jetzt sind wir in der Größenskala von einigen Mikrometern und damit in der Größe vom Durchmesser einer hochentwickelten modernen biologischen Zelle. Und hier haben wir jetzt so einen Überblick, aber das dauert jetzt eine halbe Stunde, wenn ich dieses Bild erklären wollte. Ich habe es trotzdem mal reingenommen. Ich habe nicht mehr herausgefunden, es stammt aus dieser alten Vorlesung, wo es eigentlich herkommt. Weil das findet man überall im Netz, dieses Ding hier. The scale of things, nanometers and more. Also hier wird illustriert, was Nano eigentlich bedeutet anhand der Skala der Dinge. Und hier sind so ein paar Quellen angegeben in diesen weißen Dingen hier. DOE ist eine Quelle, die ist, glaube ich, ziemlich alt. Aber das findet man in allen möglichen Publikationen. Und eine Publikation habe ich hier jetzt eine neuere vom Research Gate. Ist das hier Research Gate? Und da ist der Link angegeben. Das ist eine Publikation hier von diesen Autoren hier, University of Bridgeport. Die haben dieses Bild auch verwendet, manchmal ein bisschen modifiziert. Aber das Bild ist so alt, dass ich den Original-Urheber nicht mehr gefunden habe. Okay, also das ist jedenfalls das Bild hier. Und das illustriert so ein bisschen die Größenskala. Hier ist die Größenskala. Links natürliche Objekte, rechts man-made, also künstliche Artefakte. Und wir haben hier ein Zentimeter. Also ein Zentimeter ist jetzt nun wirklich kein Problem. Das kann man gut sehen. Also ein Zentimeter. Das sind so Skalen von Objekten, mit denen wir jeden Tag umgehen. Und die Grenze für uns ist diese hier. 0,1 Millimeter. Zehntel Millimeter. Und das hier ist also der Bereich, und natürlich noch größer, 1 Meter oder so, mit dem wir uns so normalerweise beschäftigen. Das können wir gut wahrnehmen. Wir gehen mit Objekten, die minimale Größe von einem Zehntel Millimeter haben. Darunter hier, also wo ist dann die Farbe ändert, hier ist das man-made, ist dann rot. Da haben wir eigentlich die Microworld. Also das ist Mikrotechnologie, nicht Nanotechnologie. Das ist weiter unten hier. Aber das ist die Mikroworld. Und die ist eben zwischen einem Zehntel Millimeter, was wir noch gut handarbeitsmäßig hinkriegen und auch gut sehen können. Also nicht gut, aber einigermaßen sehen können. Ein Zehntel Millimeter bis runter auf einen Mikrometer. Oder sogar noch ein bisschen weiter hier. Das ist die Mikroworld. Und nach offizieller Definition, die Politik hat es definiert, beginnt die Nanowelt bei 100 Nanometer. Also ein Zehntel Mikrometer. Ein Mikrometer ist also ein millionsten Meter oder ein tausendsten Millimeter. Kann man sich nicht vorstellen. Aber das Ganze hier ist ein Faktor 1000. Und es beginnt eben eigentlich hier, wo der Pfeil endet. Das ist ein bisschen unklar hier. Aber eigentlich von der Definition hier, 100 Nanometer ist kleiner. Also was kleiner ist als 100 Nanometer, mindestens in einer Dimension. Also eine dünne Schicht, die dünner ist als 100 Nanometer. Ganz dünne Seifenblasen, kurz vorm Zerplatzen. Das ist Nanotechnologie. Per Definition. Da kann man sich drüber streiten, ob das jetzt Sinn macht. Aber das ist jedenfalls mal eine Grenze in einer Dimension hier. Und hier haben wir das sichtbare Licht zwischen 400 und 800 Nanometer. Das ist also schon keine Nanotechnologie mehr. Gehört in die Mikrowelt, weil das Licht eigentlich zu grob ist. Eigentlich, weil man mit Lasern ja doch Mikrochips mit viel kleineren Strukturen hinkriegt, mit bestimmten Tricks. Also man kann mit optischen Lithographie-Methoden kleinere Strukturen, viel kleinerer als die Wellenlänge des Lichtes erzeugen. Aber man braucht Tricks dafür. Aber es geht. Aber eigentlich ist das Licht keine Nanotechnologie, weil die Wellenlänge zu lang ist. Ja, was haben wir da? Dings Naturel, die hier zentimetergroß sind diese Ameisen. Dann haben wir hier solche Milben, also Staubmilben. Dann haben wir hier Flugasche, also aus Vulkan. Die liegt eigentlich nicht im Nanobereich. Das ist normaler Feinstaub, nicht ultrafeinstaub. Und das atmen wir ein. Es gibt jede Menge Staub in der Luft. Auch hier in meinem Videostudio ist Staub. Überall ist Staub. Das nimmt man nicht wahr. Und die Lunge hat ausreichende Reinigungsmechanismen. Hätten wir die nicht, dann würden wir innerhalb von wenigen Wochen einfach ersticken, weil die Lunge zugestaubt ist. Ja, aber es wird ständig gereinigt. Und normalerweise ist das gar kein Problem, außer man ist permanent mit sehr hoher Staubbelastung, wie zum Beispiel beim Kohlebergbau unter Tage. Wenn man damit belastet ist, da werden diese Reinigungsmechanismen, übrigens auch beim Rauchen, diese Reinigungsmechanismen überlastet. Und dann gibt es Lungenschäden. Bis hin zur Staublunge gibt es verschiedene. Also Asbest ist ja ganz schlimm. Verschiedene und dann stirbt man daran im schlimmsten Fall. Aber das Normale ist, dass wir mit jedem Atemzug Millionen, Abermillionen dieser Staubteilchen einatmen, auch wieder ausatmen. Aber ein Teil bleibt in diesen Schleimhäuten hängen. Aber die Schleimhäute sind so eine Art Förderbänder, die ständig den Staub aus der Lunge wieder raus transportieren. Das ist aber Mikrostaub. Dann gibt es noch den Nanostaub. Der wird auch aus der Lunge rausgehievt. Sonst wird es ja nicht klappen. Aber es ist ein bisschen was anderes. Das sind die Blutkörperchen hier. Das sind typische Zellendurchmesser, einige Mikrometer. Und dann geht es weiter runter. Und da kommen wir in den Bereich der biologischen Nanomaschinen, die ich mal so nennen will. Die haben eine Größe von 10 Nanometern. Und das hier ist ein Beispiel. ATP-Synthase ist also ein Protein oder ein Komplex von mehreren Proteinen, die zusammen eine bestimmte funktionierende Maschine definieren. Da werde ich noch ein paar Beispiele bringen. Die sind wirklich nur 10 Nanometer groß, haben ein komplexes Innenleben. Besonders wichtig sind zum Beispiel Ribosomen. Das sind Leseköpfe, die die RNA, das sind die Kurznachrichten aus dem Zellkern, haben wir jetzt gelernt, RNA-Impfstoffe. Das sind diese sehr erfolgreichen Impfstoffe gegen das Coronavirus, mRNA. Und RNA, also ohne das M, aber M kann man auch in dem Messenger heißt das. Also mRNA, das ist eine Kurznachricht aus dem Zellkern, ist eine Kopie des Chromosoms, eigentlich der Bauplan für ein Protein für gewöhnlich. Das ist also so ein String. Und da fährt dann so eine Nanomaschine lang und synthetisiert entsprechend dem Bauplan. Der Bauplan ist da aufgeschrieben. In der Abfolge der Nukleinsäuren synthetisiert danach ein Protein. Und dieses Ribosom baut das Protein, indem es diesen Streifen ausliest. Das ist eine Nanomaschine. Ungefähr 10 Nanometer groß steht hier. Also ungefähr 10 Nanometer. Da geht es in der biologischen Welt noch weiter runter bis hin zu den einzelnen Daten speichern. Und das ist eben die Doppelhelix hier eines Chromosoms, also der DNA. Und noch kleiner dann die eigentlichen Bausteine unserer ganzen Welt. Das sind die Atomgrößenordnung 0,3 Nanometer. Also kleiner geht es nicht. Jedenfalls nicht in der normalen Welt. Weil es ist alles aus Atomen. Das sind die Legosteine der Welt. Ja. Lego, darf ich das sagen? Das ist Werbung? Na, Legosteine. Ja. Okay. Also alles wie in der Lego-Welt ist eben aus Atomen. Und Atom ist ungefähr, also es gibt ja große und kleine Atome, ungefähr. Also kleiner als ein Nanometer 0,3 Nanometer. Also kleiner als 0,3 Nanometer können wir nicht bauen. Diese Atome sind sozusagen die Pixelung der Materie. Feiner geht es nicht. So wie wenn ich jetzt hier diesen Bildschirm mit der Lupe angucke. Ah, brauche ich noch nicht mal eine Lupe, sehe ich auch so. Da sehe ich die einzelnen Pixel. Na, also feiner geht es nicht. Ich kann ja jetzt nicht so ein winziges Bild hier auf diesem Bildschirm darstellen, weil die Pixel zu groß sind. Und die Atome sind die Pixelung der Materie, also der festen, also der Gase und allem. Das ist es. Und da Schluss. Also kleiner als die Atome, also hier ungefähr, geht es nicht. Weil das sind die Bausteine, aus denen alles besteht. Ja, und hier haben wir jetzt dasselbe für die Man-Made-Skala. Da haben wir also hier im Bereich von einem Millimeter eben den Kopf eines Pins, also zum Beispiel einer Nadel. Auf Deutsch heißt Pin übrigens Pin, habe ich nachgeguckt. Und dann haben wir hier solche, ja nicht Nano, aber Mikromechanik. Die macht man mit Lithographie-Methoden. Da kann man so kleine Zahnräder machen. Das ist immer alles ziemlich flach, zweidimensional. Und dann kann man hier so eine Zonenplatte, das ist eine flache Linse, machen. Ja, mit 35 Nanometer ist Elektronenstrahl-Lithographie. Ja, damit kann man also Linsen auch für Elektronenstrahlen machen. Dann haben wir hier Self-Assembled Nature-Inspired Structures. Da kann man durch Selbstorganisation in dem Nanometer-Bereich, Größenordnung sind einige Zehn hoch, Tens auf Nanometer, also ja, was sind Tens, also einige Zehntel, ne, einige, ja 50, 60 oder 100 Nanometer im Durchmesser. Kann man solche Strukturen aber nicht mehr selber formen, sondern das so machen mit chemischen oder physikalischen Methoden, dass die von selber sich so formen, wie sie sollen. Also nicht direkte Formung, indem ich das jetzt zurechtpfeile, sondern die müssen sich Self-Assemblen, also selbst entstehen, will ich ein bisschen illustrieren. Das hier ist mit der Topografie gemacht, aber die Nanotubes, Carbon Nanotubes, sieht man das noch, Carbon Nanotubes und hier haben wir so ein Bucketball, das ist so ein Cluster aus Kohlenstoff 60, habe ich schon erläutert. Und das gibt es auch als lange Röhren. Die haben einen Durchmesser von 1,3 Nanometer und sind super stabil, so wie Stahl. Ja, und diese Nanoröhren, die sieht man hier kaum in dieser elektronenmikroskopischen Aufzeichnung, das sind die Elektronen und da kann man die Leitfähigkeit, kann man hier studieren. Diese ganz dünnen, hellen Fäden sind 1,3 Nanometer dicke ungefähr, dicke Nanotubes aus Kohlenstoff und die haben bestimmte elektrische Eigenschaften. Und die kann man herstellen, diese Nanotubes, aber sie dahin fabrizieren, ja, das geht eigentlich nicht. Da muss man also einen Haufen draufpusten und dann hoffen, dass die zufällig da zu liegen bleiben, zu liegen kommen. Also sehr schwierig im Nanobereich einen Nanotube, so eine lange Kohlenstoffröhre, genau an die richtige Stelle zu bringen. Geht eigentlich nicht, sondern ich puste einen Haufen auf einen Haufen von diesen Kontakten und irgendwo liegt dann zufällig das Nanotube mal richtig und nicht kreuz und quer. Das ist, glaube ich, die Idee jedenfalls, der Stand der Dinge. Es gibt ein Werkzeug und da sind wir hier ganz unten auf der Ebene der Atome angekommen, bei ManMade jetzt. Es gibt ein Werkzeug, mit dem kann ich Atome und Nanostrukturen bewegen und das ist das Raster-Tunnel-Mikroskop. Das ist so eine Spitze, also eine scharfe Spitze, die dann tatsächlich auf einer flachen Oberfläche Atome aufnehmen kann und irgendwo anders wieder absetzen kann. Und damit kann ich hier ein ganz berühmtes Bild hier, das ist aber aus den 90ern, glaube ich, schon ganz schön alt. Ich weiß gar nicht, wie alt es ist. Da wurde ein Ring aus, wie viel sind das, aus 48 Eisenatomen auf einer super flachen Einkristall-Kupfer-Oberfläche aufgebaut. Dieser Ring hier, hier sieht man den Aufbau, ja komme ich noch dann dazu, dieser Ring ist also ManMade, vollkommen künstlich. Jedes Atom wurde genau positioniert. Das ist Bauen mit Atomen. Geht aber nur unter Ultrahochvakuum und super tiefer Temperatur, sonst hüpfen diese Atome munter durch die Gegend, braunische Bewegung und nur mit dem Raster-Tunnel-Mikroskop. Also nur ganz spezielle Bedingungen, wo ich das machen kann. Aber das hier ist einer der ersten Beweise, dass der Mensch mit Atomen bauen kann. Also Atome bewusst an eine bestimmte Koordinate transportieren oder auch Nanostrukturen irgendwo hinbringen, also Nanopartikel. Und das ist was ganz Besonderes. Ja, das ist natürlich Thema dieser Vorlesung hier. Ja, ob man damit irgendwas Vernünftiges machen kann, sei dahingestellt, weil es dauert ziemlich lange, so einen Ring aus Atomen zu bauen, dann gerne mal ein paar Stunden. Und der hält dann auch nicht so lange, weil sobald er auftaut, ist er wieder weg, weil die thermische Bewegung zerstört diese Strukturen. Aber es hat schon was. Man kann mit Atomen bauen. Die Natur macht das die ganze Zeit. Ja, also das ist der Ursprung dieses Bildes hier. Es gibt es in verschiedensten Formen, also seit mindestens zehn oder zwölf Jahren im Netz. Und das habe ich jetzt von dieser Veröffentlichung hier habe ich jetzt also mal einfach den Screenshot gemacht hier von diesem Research Gate, von genau dieser Publikation mit diesem Bild. Aber das Bild findet sich überall immer wieder. Ich weiß gar nicht, wer es original gemacht hat. Jetzt möchte ich gerne einen kleinen Film zeigen. Und zwar gibt es den Film Powers of Ten. Ja, der ist natürlich urheberrechtlich geschwitzt. Also das können jetzt nur die Studierenden anschauen und die anderen nicht. Aber ich blende ihn jetzt in diese Vorlesung ein, indem ich ihn jetzt hier einfach starte. Und das, achso, soll ich vielleicht noch sagen, ist eine Reise durch die Größenordnung. Am Anfang fährt man, zoomt man raus aus so einem Paar, was auf so einer Decke am Ufer in Chicago, glaube ich, liegt, an so einem Fluss. Da gibt es einen Fluss in Chicago. Und dann sieht es so aus, als würde man mit einer intergalaktischen Rakete starten, von Chicago in den Weltraum raus. Und es geht immer eine Größenordnung, größerer Blickwinkel. Ja, dann sieht man das ganze Sonnensystem, dann die ganze Milchstraße und schließlich die ganze Gruppe von Galaxien. Und dann geht es zurück in die andere Richtung bis hin zu den Quarks. Gut, das war der kleine Film Powers of Ten, den man überall im Netz findet. Es gibt, glaube ich, sogar eine Wikipedia-Seite dazu, wo so ein bisschen die verschiedenen Größenordnungen illustriert werden. Und wir sitzen so in der Mitte als Menschen mit unserer typischen Größe. Größenordnung 1 Meter ist der Mensch groß. Und dann geht es eben viel Größenordnung nach oben, bis zur Größenordnung vom Durchmesser der uns zugänglichen Raumkugel im Universum. Man hat einen Durchmesser von 13,6 Milliarden Jahren, also von wo aus, wohin wir gucken können. Und in der anderen Richtung bis zu den Quarks, Quarks, da sind wir unter 10 hoch minus 15 Meter. Das sind allerhand Größenordnungen nach unten, wie nach oben. Und hier geht es jetzt nur bei Nano um die Größenordnung nach unten in die Welt des Kleinen. Ja, und die Biologie, die hat da tatsächlich eben die perfekte Nanotechnologie, weil in so einer Zelle, hier haben wir das Bild, hier sind die Links angegeben aus dem Netz, das ist das typische Lehrbuchbild hier, einer eukaryotischen Zelle. Und eukaryotische Zellen sind die modernen Zellen, die haben so ein heftiges Innenleben. Hier ist der Zellkern und dann gibt es da Organellen, also Organe in der Zelle, die bestimmte Aufgaben haben. Zum Beispiel das Kraftwerk, das sind die Mitochondrien. Also wenn wir was essen, dann muss die Energie irgendwie in chemische Energie umgewandelt werden. Das ist das ATP und das geschieht eben, die Kraftwerke sind diese Mitochondrien. Wichtig aber für die Information, das ist die CPU, der Central Processing Unit, wie im Computer, also die zentrale Intelligenz. Ja gut, Zelle ist jetzt nicht intelligent, eine einzelne Zelle, aber ist jedenfalls der Bauplan des Menschen gespeichert, hier oder des Lebewesens im Zellkern. Und eukaryotische Zellen sind also so, dass sie nochmal eine innere Zellmembran haben, um den Zellkern zu schützen und die Vorgänge da des Auslesens der Gene. Und hier draußen ist sozusagen die eigentliche Fabrik. Also da kann man sagen, das ist hier sozusagen die Kontrolle, der Kontrollraum und da draußen ist die eigentliche Fabrik mit den Kraftwerken und so weiter. Im Zellplasma, Zytoplasma. Und das Ding ist typischerweise fünf bis zehn Mikrometer groß. Hier steht da oben, also große Zellen, aber sind auch sehr fortschrittlich, diese Zellen. Und dann haben wir hier links, habe ich da mal die typische Größe von Bakterien und Viren eingeblendet. Und Bakterien, das ist ja zum Beispiel diese Krankheitserreger wie Cholera oder die Pest, die kann man im Mikroskop noch sehen, weil sie ihre Größe, steht das ja irgendwo, wo sind denn, ja, der steht da jetzt irgendwie nicht. Also die Bakteriengröße ist typischerweise ein Mikrometer. Und die sichtbare Licht ist 400 bis 800 Nanometer, also 0,4 bis 0,8 Mikrometer. Das heißt, man kann Bakterien noch sehen. Da sieht man immer so Stäbchen oder sowas. Die kann man gerade eben noch sehen. Und diese Krankheiten, die über Bakterien übertragen werden, weil man sie sehen kann, mal ganz einfach gesprochen, da funktionieren die Antibiotika. Da wissen wir, wie wir diese Viecher, die man sehen kann, also mit dem optischen Mikroskop töten kann. Das heißt, diese Krankheit, Krankheiten mit Bakterien sind größtenteils besiegt. Es gibt dann so Rückfälle, ja, plötzlich so Bakterienkrankheiten doch wiederkommen. Aber was nicht besiegt wird, nicht besiegt ist, das sind die Viruserkrankungen, wie jetzt eben zum Beispiel Corona. Corona ist jetzt besiegt, es gibt zumindest einen Impfstoff und es gibt vielleicht auch jetzt Medikamente für die Erkrankten. Also wenn man schon Corona erkrankt ist, da hilft einem der Impfstoff nun gar nichts, weil der Impfstoff trainiert ja nur das Immunsystem, um bei einem Viren, bei einer Virenattacke rechtzeitig die Abwehr in Stellung zu bringen. Der Impfstoff wirkt aber erst als Schutz nach zwei Wochen oder sowas. Das heißt, impfen kann man Erkrankte nicht mehr. Das hat keinen Sinn mehr, sondern man braucht Medikamente. Und Medikamente gegen Corona haben wir noch nicht. Das ist eben schwierig, Viren zu bekämpfen, wenn man einmal die Viruserkrankung hat. Ja, und das gilt insgesamt für Viren. Und das Ebola-Virus, das ist viel tödlicher als das Corona-Virus. Das wurde jetzt aber auch besiegt. Und zwar, ich glaube, es war lange Zeit so, dass Ebola eben einfach zu selten ist. Da wurde dieser riesige Aufwand, so ein Impfstoff wenigstens mal oder auch ein Medikament zu entwickeln, wurde einfach nicht in Angriff genommen. Aber dann gab es eben Angst vor Terrorangriffen mit Ebola. Und dann gab es auf einmal, also nicht auf einmal, das dauert dann immer so zehn Jahre oder so, gab es aber jetzt, ich glaube, einen Impfstoff. Also Ebola ist besiegt. Also auch die schlimmsten Viruserkrankungen sind heute drauf und dran, dass wir die besiegen, weil wir in die Nano-Ebene vorstoßen. Und ein ganz wichtiger Fortschritt war da die Entwicklung von mRNA-Impfstoffen. Jetzt bei Corona gab es da so einen Boost. Bis vor einiger Zeit, wenn wir, was sagen wir, 2021, wenn wir da an die Jahrtausendwende zurückgehen, also mehr als 20 Jahre zurückgehen, da war es erstmal ganz neu, dass man überhaupt mit mRNA-Medizin-Impfstoffen oder mit diesen mRNAs überhaupt was machen kann. mRNAs sind die Kurznachrichten, das sind Kettenmoleküle aus dem Zellkern. Und da war die Idee, man kann das zur Krebsbekämpfung nehmen. Das sind ja Kurznachrichten. Damit kann man die Funktionen der Zelle und des Immunsystems steuern. Also ich tippe eine SMS, so, da hast du da so ein Gehirntumor, jetzt mach den mal weg. Ja, und dann ist der weg. Weil wenn das Immunsystem in unser Immunsystem auf eine Krebserkrankung irgendwo aufmerksam wird, dann ist der Krebs weg, weil das hat eine wahnwitzige Power, das Immunsystem. Aber der Krebs hat sich vorbeigeschlichen. Deswegen ist es ja Krebs am Immunsystem. Und wenn man jetzt per Kursnachricht das Immunsystem steuern könnte, per mRNA, Messenger, RNA und RNA ist eben so eine, eigentlich eine Kopie der DNA, eine einstrengige, dann könnte man die Körperfunktion auf der Informationsebene steuern. Ganz neuer Ansatz und jetzt für Corona perfektioniert in einem rasend schnellen Verfahren. Ist immer ein bisschen gefährlich mit diesem rasend schnellen Verfahren, weil da kann ja auch mal was passieren, sowas womit man nicht gerechnet hat. Aber bei mRNA sind die Wirkungen sehr überschaubar. Es ist eine Kurznachricht. Ja, also ich kann mit einer SMS vom Handy auch niemanden umbringen. Also man kann die aufregen, Nerven, ja, das ist sauer, weil sie eine Kurznachricht erfährt. Also das schon. Aber diese Kurznachrichten sind eigentlich nicht so gefährlich und es gibt auch ganz viele Kurznachrichten in unserem Körper. Also ich sage jetzt mal zu einer mRNA, das ist ein biologisches Kettenmolekül, aus Nukleinsäuren einstrengig. Das wird künstlich erzeugt für einen Impfstoff, aber die Wirkungen sind sehr überschaubar. Also ich finde das eine tolle Entwicklung. Und das ist dann der Ansatz, um Viren zu bekämpfen, die so klein sind, dass ich da nur einen blauen Punkt hingemalt habe, sodass sogar Bakterien von Viren angefallen werden und erkranken. Also die Viren sind sogar für Bakterien klein. Da sind wir also in der Skala von 100 Nanometern bei Viren, dadurch, also es gibt Viren runter bis 30 Nanometer, die sind natürlich dann nicht mehr ganz so kompliziert, aber auch größere Viren. Das Coronavirus, habe ich das irgendwo aufgeschrieben? Ich dachte, ich hätte es irgendwo, ah, da steht es. Coronavirus, ah, nee, das ist nicht das Virus selber, das hat einen Durchmesser von, ich glaube, 100 oder 120 Nanometern, aber da drin eingewickelt ist ein mRNA-Strang. Und das ist ja genau der Virusstrang. Also das ist sowas wie ein Kot, der unsere Zellen dazu bringt, mehr Viren zu erzeugen, dabei sterben sie dann eben. Und die Erbsubstanz dieses Kettenmolekül, das ist das eigentliche Virus, was in diese Virushülle aus Proteinen eingepackt ist. Aber da drin eingewickelt ist ein mRNA-Strang, also das ist ein böser mRNA-Strang. Der ist 30 Kilobasen lang. Das sind also diese einzelnen Nukleinsäuren, die haben eine bestimmte Länge, so unter einem Nanometer, glaube ich. Und die Gesamtlänge ist 10,5 Mikrometer. Also riesengroß. Das Virus ist so klein, aber darin eingewickelt ist dieser Faden einer Kurznachricht, einer mRNA, und der ist viel größer als das Virus selbst, also unglaublich aufgewickelt. Aber das gilt auch für unsere Chromosomen. Unsere Chromosomen, da ist ja unser Bauplan auch auf so einem Fadenmolekül doppelsträngig die DNA aufgewickelt, auch viel größer als die Zelle, wenn man so auseinanderrobeln würde. Ist aufgewickelt. Jedenfalls die Viren selber sind ungleich viel kleiner als die Bakterien. Aber all das, was ich hier zeige, auch die eukaryotische riesengroße Zelle, das ist alles Nanotechnologie. Weil die Abläufe da drin, alles Nanotechnologie. Biologie, Leben ist Nanotechnologie, ist ein blödes Wort, ist voll verhaftet in der Nanowelt. Ja, also Nano, da ist übrigens jetzt Beispiele. Also ich zeige jetzt, warum meine Vorlesung so wichtig ist. Also ich mache ja in dem ersten wirklichen Kapitel, dann nach dieser ewig langen Einführung, mache ich dann erstmal Bio. Weil dann zeige ich die wichtigsten Grundlagen des Lebens und was dann ist alles Nano, alles Nano im Leben. Also wenn man gegen Nanotechnologie ist oder gegen Nano, dann ist man gegen sich selbst. Das wäre jetzt ein bisschen dumm. Also Leben basiert auf der Nano Ebene. Nano im Alltag. Was machen wir denn? Wir sitzen den ganzen Tag vor dem Bildschirm. Also jetzt ja auch. Ihr sitzt jetzt alle gerade vor dem Bildschirm, weil ihr dieses Video guckt. Ja, und da sind also Nano Abläufe in diesen CPUs, diesen Computerprozessoren oder auch im Speicherchip, auf dem dieses Video gespeichert ist. Und hier auf diesem neuesten, also zumindest den, den ich jetzt gerade mal im Netz neu gefunden habe, war ich ein bisschen verblüfft. Also so ein USB-Stick. Ja, also so ein Stick, den man an die Seite reinsteckt in seinen Rechner und dann kann er plötzlich einen Kinofilm wiedergeben. Der Kinofilm ist da drauf. Und der hat aber ein Terabyte. Also der dickste, den ich so normalerweise bis jetzt hatte, ist zehn Gigabyte. Da hatte ich schon gedacht, das ist jetzt wirklich viel. Aber ein Gigabyte, ein Terabyte, ein Terabyte sind tausend Gigabyte. Und das ist so, den kostet auch gar nicht viel. Ich weiß gar nicht, ich habe hier ein Bild von Amazon hier, vom Kaibu-Speicherstick. Kostet gar nicht so. Kostet jetzt nicht 5.000 Euro oder sowas. Ich glaube, noch nicht mal 50 Euro. Und der hat ein Terabyte. Ja, da drin ist jetzt wirklich massive Nanotechnologie. Ich glaube, die Strukturen gehen runter, das zeige ich gleich noch, bis auf 20 Nanometer oder sowas. Also das ist dann jetzt schon die Fertigungsgenauigkeit. 20 Nanometer. Ist nicht atomgenau, weil das wäre 0,3 Nanometer, aber schon ganz schön klein. Und deswegen gehen da so viele Bits drauf, dass ich da einen ganzen Kinofilm, und zwar nicht bloß einen. Ein Kinofilm hat einen Gigabyte. Da kann ich tausend Filme drauf speichern. Nicht mit 4K, also mit normaler HD-Auflösung. Gut, also zur Veranschaulichung nimmt man immer Meta-Bücherregale. Also das wissen jetzt die jungen Leute gar nicht. Früher hatte man Bücher. Das waren so Dinge aus Papierblättern, die man übereinander stapelte und hinten zusammenleimte. Bücher. Und die hatten dann 500 Seiten oder sowas. Und ein Buch, was über Jahrtausende bedeutsam war, oder zwei Jahrtausende, ist die Bibel. Und die Bibel, je nachdem, wie dick das Papier ist und wie groß die Buchstaben und so weiter, da hatte gerne so eine bestimmte dicke Buchung, so drei Zentimeter oder sowas. Ja, und wenn man jetzt ein Gigabyte, also es ist ja nur ein Tausendstel davon, ein Gigabyte hat, dann passen da eben eine ganze Menge Bibeln drauf. Weil der Informations-, also nicht das Buch selber, sondern der Inhalt, also der Text in Bits umgeformt, hat 5 Megabyte. Habe ich jetzt nicht selber ausgerechnet, ich habe es eben im Netz gefunden. Da steht Bibel, da hat ungefähr Text, also als ASCII-File 5 Megabyte. Jetzt kann man das durcheinander teilen und Buchrücken von einer Bibel 3 Zentimeter. Entspricht also 1 Gigabyte 6 Meter Bücher. 6 Meter Bücher ist ein ganzes Bücherregal voll. Ja, und da gehen aber 1000 Gigabyte drauf, also das sind 6 Kilometer. Auf diesen Speicherchip, der so groß ist, also und das Innenleben ist ja noch kleiner, das ist ja nur die Hülle, die so groß ist, mit diesem Nasenring hier oder Schlüsselring, da gehen 6 Kilometer Bücher drauf. Also das sind ja ungefähr alle Bücher, die man sich so überhaupt vorstellen kann. Also zumindest alle Bücher, die man im Leben so lesen kann, gehen da drauf. Also und das ist dann wirklich allen Ernstes Nanotechnologie. Und natürlich verändert das unsere Welt. Also das Internet mit dieser enorm starken Leistung der Informationsübertragung und auch der Informationsspeicherung. Also das Wissen ist sofort zugänglich, ganz kurze Zeiten. Und natürlich eben das optische Signal. Optisch ist viel mehr Informationsdichte als jetzt reiner Text. So ein Video ist viel mehr Megabytes pro Sekunde als jetzt noch reiner Text-File. Aber das verändert unsere Gesellschaft natürlich. Das Internet ist eine Revolution und die ist ongoing. Die geht immer noch weiter. Das wird ja immer doller. Also ein 1 Terabyte Speicherchip kostet nur noch ein paar, weiß ich nicht, 30, 50 oder 100 Euro, habe ich jetzt nicht so genau geguckt. Und hier habe ich wieder einen kleinen Movie, den spiele ich jetzt mal in dem Film ab hier. Den habe ich auf YouTube gefunden. Der YouTube-Kanal heißt Niesenet. Also ich hoffe mal, das ist so ein Universitätskanal. Und die zoomen hier rein. Und das ist aber nicht wirklich Nanotechnologie, sondern das ist noch, ja man sieht es, die Strukturen sind ungefähr ein Mikrometer groß. Ist also ein sehr rustikaler Chip aus der Frühphase der Chip-Produktion, könnte man sagen. Heute sind die Strukturen viel feiner, aber da habe ich keine schönen Bilder gefunden. Was wir aber in diesem kurzen Film sehen werden, ist die ungeheure Komplexität von so einem Computerprozessor oder auch einem Speicherchip. Weil da sind Milliarden einzelner Transistoren drauf. Also auf diesen vielleicht nur 100 Millionen oder sowas. Aber man kann da reinzoomen. Und das will ich jetzt mal starten, das Ding. Vielen Dank. Vielen Dank. So, das war mein Scan. Mein kleines nicht meiner, sondern ein Scan hinein in das Innenleben oder auf die Oberfläche eines Computerchips. Das ist übrigens immer eine Oberfläche. Also bisher sind wir mit den Nitrografie-Methoden nur in der Lage, begrenzt dreidimensionale, eigentlich immer so zweidimensionale Halbleiterstrukturen zu bauen. Das heißt, das ist alles wie so ein Blatt Papier und man kann nur von oben drauf drucken. Aber dreidimensional, so wie zum Beispiel das Gehirn, das ist ein dreidimensionales Nanonetzwerk. Das geht bisher noch nicht. Es ist immer alles zweidimensional. Also schon mal ein paar Halbleiterverbindungen oder so oberhalb und unterhalb. Aber eigentlich ist es eine zweidimensionale Schicht. Und um drei, also eigentlich müssten wir, um wirklich eine künstliche Intelligenz hinzukriegen, dreidimensionale Lithographie-Methoden ersinnen. Ja, dreidimensional ist eben das Netzwerk der Neuronen. Und da gibt es auch, das ist immer noch Physik im Alltag, ist, ja, Alltag, weil jeder mit seinem Gehirn ständig unterwegs ist. Und das Gehirn ist ein dreidimensionales Nanonetzwerk von solchen Informationsschaltern, ähnlich den Transistoren in so einem Computerprozessor, also in unseren Neuronen. Aber die Neuronen sind ein bisschen komplizierter als so ein einfacher Transistor. Die haben ungefähr 1000 oder gar 10.000 Vernetzungen. Jedes einzelne Neuron eine Nervenzelle. Und das dreidimensionale Netzwerk, das soll im Computer jetzt nachgebaut werden. Ziel wäre es sogar, ein Bewusstsein, das ist ein bisschen gruselig schon wieder, im Computer nachzubauen. Naja gut, also sie fangen jetzt erstmal an mit einem Kubikmillimeter Mäusegehirn, das man einigermaßen untersuchen kann. Man kann allerdings nicht von einem real existierenden Gehirn, Säugetier, Gehirn, Mäuse, kann man jetzt nicht die einzelnen Verästelungen der Dendriten, ne Dendriten heißen die nicht, doch Dendriten glaube ich, ja. Also Axone und so weiter, diese Fortsätze der Nervenzellen, das kann man nicht abbilden. Man sieht den Schaltplan nicht. So wie gerade bei dem Elektronenmikroskopie-Scan in den Schaltplan des Computerprozessors, das geht beim Gehirn nicht, weil es zu klein ist. Das ist zu klein und man weiß auch nicht, wie die Synapsen verschaltet sind. Also die Synapsen haben unterschiedliche Schaltqualitäten, also Schalter auf, Schalter zu. Also genauer gesagt, aktivierend oder hemmend. Diese beiden Kopplungsarten gibt es zwischen den Nervenzellen über ihre, jede Nervenzelle 1000 oder 10.000 Verbindungen. Das kann man im Elektronenmikroskop nicht sehen und im Elektronenmikroskop ist das Gehirn sowieso tot, weil es im Vakuum ist, sonst geht das Elektronenmikroskop nicht. Ja, also wir wissen nicht genau den Aufbau, aber trotzdem wird versucht und das ist das Blue Brain Project, das ist eines der teuersten Forschungsprogramme. Hier ist die Homepage von, oder vielmehr die Frontpage von einem YouTube-Movie, deren Präsentation des Blue Brain Projekts ist. Eines der teuersten Projekte der EU, Forschungsverbund von Gehirnforschern zusammen mit allen möglichen Leuten, die also auch so Gehirnproben dann analysieren und Experimente an Gehirngewebe machen, um die Funktion, die elektrische Funktion zu verstehen. Und das soll abgebildet werden auf eine riesen Ansammlung von Computerprozessoren, die dann eben ein Kubikmillimeter Mäusegehirn simulieren und dann vielleicht auch mehr simulieren können. Und hier habe ich diese, das ist das Titelbild von so einem YouTube, hier unten ist der YouTube selber der Link und das ist eben die, habe ich gekürzt hier, Blue Brain Project Überblick, also ein Überblick und da sieht man so ein bisschen das Innenleben, wie wir es uns vorstellen. Das kann man nicht sehen, ja. Das sind alles Computeranimationen von diesen Nervenzellen. Und das werde ich jetzt mal hier reinschneiden in dieses Video, weil es ist insofern wirklich Alltag, das Blue Brain Project ist natürlich etwas ganz Spektakuläres, wie so ein Fusionsreaktor. Das ist jetzt nicht Alltag, aber unser Gehirn, das ist Alltag. Und das schneide ich jetzt mal hier rein. Like any organ in the body, the brain is composed of specialized cells. In the brain, these are called neurons. Computer reconstruction of these cells shows that they have long extensions called dendrites that branch at various points. The cortex is divided into layers that each contain different types and shapes of neurons. While each cell is unique, they can be grouped into similar families, which are often named after the shapes of the cells. For example, chandelier cells or pyramidal cells. The sensors of neurons helps us predict what the composition of cell types in each layer should be. To build a model of the brain, we first create a virtual volume, in this case a column of tissue, which we then fill with three-dimensional reconstructions of neurons. This shows you how we assemble a region of the cortex that is two millimeters high and half a millimeter wide, or about the size of a freckle. Neurons don't exist in isolation. The brain environment is more like a dense forest filled with trees whose branches are touching. There are thousands of points on each neuron where another cell can make contact to pass on a signal. Here we are showing only 10% of the neurons, because if we showed all of them we wouldn't see any detail, just an opaque wall of cells. A cell can only form a limited number of connections, and it takes a lot of energy to produce the structures that connect cells, called spines. After we establish all the connections in the model, we can isolate a single neuron and inspect the locations where it receives input from other cells. Excitatory connections are shown in red, and inhibitory connections are shown in blue. Neurons are filled with ion channels that open and close to create the electrical behavior of the cell. When a great number of the ion channels open at the same time, we observe a firing of the cell, which results in the electrical signal or message being passed on to all connected cells. Neurons With many connected neurons in our model, we can start to see how groups of neurons contribute to network activity. Modeling this kind of complex activity helps us understand how neurons working together produce actions, memory and higher brain functions. Gut, also das war jetzt mein kleines Filmchen da zum Blue Brain Projekt. Sehr spektakulär, teuer, aber irgendwie man braucht Visionen. Ja, dass jetzt eine wirklich gute Vision ist, dass man plötzlich als Mensch als Bewusstsein aufwacht und ist in den Computer einprogrammiert, Das wird jetzt nicht passieren. Es geht erstmal nur um einen kleinen Bereich, ich glaube, das Cortex oder der Seerinde oder sowas im Mäusegehirn. Aber trotzdem ist es ein faszinierender Vorstoß, was da alles noch passieren kann. Gut, gehen wir mal weiter. Quantencomputer, das ist ja noch faszinierender. Es gibt so Ideen, dass Kreativität, Computer sind ja eigentlich nicht kreativ, ja, also die machen immer dasselbe. Also wenn man sie neu startet und das Programm wieder laufen lässt und ansonsten nichts ändert, dann die Eingaben macht wieder genau dasselbe. Das macht der Mensch nicht. Man steht morgens auf, frühstückt, das ist zwar auch immer dasselbe, aber die Details, ob man jetzt ein Ei frühstückt oder so und dann was man tagsüber macht, das kann schon stark variieren. Also man könnte zum Beispiel einen Wutanfall kriegen und nicht mehr zur Arbeit gehen oder sowas. Oder es ist auf einmal Corona und man geht gar nicht mehr zur Arbeit. Alles mögliche kann passieren. Das heißt, da gibt es so spontane Fluktuationen, Veränderungen und da ist die Idee, ha, Quanteneffekte. Da gibt es so Sprünge. Plötzlich passiert irgendwas ganz anderes und das hat vielleicht was mit Kreativität zu tun. Und da ist man der Meinung, dass man die normale Siliziumlogik, die ja auf der klassischen Physik beruht, also dieser Scan in diesen Computership rein mit diesen ganzen Verästelungen der Verbindungen der Transistoren, das ist klassische Physik. Klassisch insofern, als dass es deterministisch ist. Da passiert wieder haargenau dasselbe, wenn ich an derselben Stelle wieder starte. Guck mal Menschen nicht, in der Biologie nicht. Und vielleicht hat das was mit Quanteneffekten in unserem Gehirn zu tun. Vielleicht sind ja Quanteneffekte in der Biologie ganz wichtig und wir wissen es gar nicht. Und hier gibt es einen Chip, den kann man kaufen. Ich weiß aber nicht, was er kostet. Außerdem muss er noch auf Flüssig-Helium-Temperatur gekühlt werden und so Kleinigkeiten eben. Also relativ aufwendig. Und der hat 128 Qbits, Quantenbits. Und das sind Quantenbits. Das ist ein Quantencomputer-Ding. Also muss man jetzt natürlich, da sind die klassischen Anschlüsse. Klassisch, weil es einfach Stromelektroden sind. Und da drinnen hier nicht sichtbar sind diese Qbits. Die brauchen natürlich diese Kühlung, weil das thermische Bad der Photonen, das lässt jeden Quanteneffekt verschwinden. Weg sind sie. Die werden dann dekohärent, also diese Kohärenz, das ist so ein Begriff aus der Quantenmechanik, verschwindet. Auf jeden Fall kann man das Ding schon kaufen hier. Ob es wirklich so gut geht, ist ein bisschen umstritten. Aber das sind 128 Qbits. Und die Meinung ist, wenn man so einen Quantencomputer mit sagen wir mal 10.000 Qbits hätte, dann könnte man Sachen machen, die den normalen Rechnern komplett überlegen sind. Also es geht da vor allen Dingen wieder um militärische Anwendungen, nämlich die Dekodierung von kodierten Nachrichten. Man will hören, was der Feind so redet. Und der Feind verschlüsselt seine Nachrichten mit irgendwelchen aufwändigen Verschlüsselungsstrategien. Und so ein Quantencomputer, der kann jeden Code knacken. Allerdings gibt es jetzt wieder neue Leute, die haben rausgekriegt, es gibt Quantencomputer, die können alle Codes knacken. Da müssen wir eben einen Quantencomputer festen Code erfinden. Also einen, den der Quantencomputer nicht lösen kann. Das gibt es auch schon. Also es ist auch schon wieder underway. Auf jeden Fall aber eine neue Entwicklung mit neuartigen Rechenalgorithmen. Aber es sind keine Algorithmen, sondern das sind neue Naturgesetze. Nicht neue, es sind die von der Quantenmechanik, aber die wir neu technologisch nutzen. Und das ist eine neue Dimension. Faszinierend würde ich sagen. Ja, Nano im Alltag. Ja, dann weiter, Nano im Alltag, wieder ein Beispiel, wie wichtig diese Vorlesung ist. Das ist ein Foto der Wolkenkammer am CERN. Da wird untersucht, wie sich Wolken hier in diesem Bottich hier, hier ist übrigens eine Person, die ist ziemlich klein, also ein riesen Biest hier. Das sitzt an einem dieser, ich glaube, Mionenstrahlrohre. Da kann man also geladene Zeichen in die Atmosphäre, eine künstliche Atmosphäre reinschicken und gucken, ob sich Wolken bilden. Also Nebelkammer. Allerdings um Klimaeffekte von kosmischer Strahlung oder auch von Aerosolpartikeln Verunreinigungen in der Atmosphäre zu verstehen. Da geht es ganz viel um Klima. Und es geht ganz viel um Nanopartikel und Wolkenbildung. Cloud-Kollaboration. Also fantastische Forschung, wichtige Forschung, relevante Forschung, jetzt für das Klimaproblem, aber auch nicht nur das Klimaproblem, sondern das Klima insgesamt, mit im Bereich Nanotechnologie. Das ist wirklich Nano, weil hier, da geht es um ganz kleine Verunreinigungen oder auch nur Ionen in der Atmosphäre, die die Wolkenbildung und damit das ganze Klima verändern können. Cloud-Kollaboration. Ist ongoing research, also passiert jetzt gerade. Ja, und dann gibt es Oberflächenbeschichtungen. Das ist etwas ganz Triviales. Ich habe irgendeine Beschichtung und dann perlt eben der Schmutz ab. Und da gibt es eben hier auf Ultrahydrophobicity. Das ist ein Wikipedia-Ausdruck. Das ist ein Wikipedia-Animated GIF. Ich hoffe, das funktioniert. Starte ich jetzt mal. Das funktioniert vielleicht wieder nicht. Das ruckelt immer so komisch. Aha, hier sehen wir den Tropfen. Und der bounced, also wird reflektiert zurück und fliegt wieder zurück. Ja, also weil diese Oberfläche absolut wasserabweisend ist. Das ist so, also da gibt es überhaupt keine Haftkraft zwischen diesem Wassertropfen und dieser Oberfläche. Es gibt also nur durch die Gravitation, durch die Aufpahlkraft, so ein Zusammenknautschen, wie so ein Auto mit Knautschzone, ein Zusammenknautschen des Wassertropfens. Ich versuche mal, das nochmal zu starten. Also so jetzt. Da, patsch! Und es fluppt wieder hoch. Null Haftung. Das heißt, wenn diese Super-, oder Ultra heißt es hier, Ultrahydrophoben, wasserabweisenden Oberflächen, nur ein bisschen gekippt sind, also ganz wenig kippen im Gravitation, also im Erdfeld, dann rollen die Wassertropfen runter. Und reißen typischerweise den Schmutz mit sich. Ist ein ganz starker Lotus-Effekt. Selbstreinigende Oberflächen. Und das ist eine speziell nano-strukturierte Oberfläche, die diese Eigenschaften hat. Jetzt kann man sagen, es ist mir doch egal, so eine Oberfläche zu Wort. Naja, aber wenn man, also es gibt nano-strukturierte Socken, die riechen nicht mehr. Ja. Das ist nicht ganz dieser Effekt. Aber das wäre doch was, nicht? Man müsste Socken nicht mehr waschen. Das ist dann auch wieder gut für den Umweltschutz. Wobei, also ob das jetzt wirklich funktioniert, ich habe es jetzt nicht ausprobiert. Also, aber das sind diese Socken, die kann man kaufen. Die muss man nicht mehr waschen. Ja. Also hoffentlich. Gut. Und dann gibt es hier diese Nano-Autos. Also der heißt Nano. Von Tata ist eine indische Firma. Aber es ist nur ein Beispiel jetzt. Ich habe es nur genommen, weil er heißt Nano. Wenn man Nano im Internet eingibt, da kommt doch alles Mögliche. Und da kommt auch dieses Auto Nano. Und das ist eben klein. Also nicht Nanometer groß, weil dann würden wir ja nicht reinpassen. Aber es ist schon ganz schön klein. Also sieht ziemlich klein aus und gelb. Und ja, also es gibt eben diese kleinen, also es gibt ja jetzt von ganz vielen verschiedenen Firmen solche kleinen Autos, weil die eben weniger Energie verbrauchen. Allerdings, viele Batterien passen da jetzt auch nicht rein, wenn man rein ein elektrisches Auto haben will. Und eine Sache, die mich so ein bisschen umtreibt. Also ich hatte zu dem Auto auch Crashtest gesehen. Da habe ich jetzt aber die Fotos nicht hier in die Vorlesung reingenommen. Es gilt, wie gesagt, für alle Kleinwagen. Also die Knautschzone ist eben auch Nano. Also nicht Nano, aber die ist kurz. Hm. Naja. Okay. Also Nano im Alltag. Habe ich jetzt einen Haufen Beispiele gebracht. Ich bin mit meiner, jetzt bin ich gar nicht zu meinem Quiz gekommen. Ja. Ich habe aber so ein bisschen das Gefühl, dass ich schon ganz schön lange gequasselt habe und außerdem eine ganze Menge Filme, also drei Filme eingebunden habe. Nein, nicht richtig Filme. Doch. Ja. Also naja, muss mal gucken, wie das im Video dann wirklich funktioniert. Aber das war so Nano im Alltag. Hier sind hier bis Nano Autos gekommen und die anderen vier Punkte hier, die mir noch eingefallen sind, die habe ich jetzt hier nur aufgelistet. Zahnpasta. Ja, also in Zahnpasta sind Nanopartikel drin und zwar als Schleifmittel, um jetzt diesen Zahnstein da runter zu schleifen oder um die Zahnpasta irgendwie kostbarer zu machen. Wenn man Nano eingebt, findet man auch Goldzahnpasta. Die ist durchsichtig und da sind Gold, Blattgold ist da drin. Und das kann man sehen, also das ist also nicht Nano. Also es ist schon Nano, weil die Dicke dieses Blattgoldes ist im Nanometerbereich. Das sind ganz dünne Goldplättchen, aber immerhin doch so dick, dass das Licht nicht durchgeht. Und man kann sie sehen. Das heißt, es ist eine transparente Zahncreme, wo Gold eingelegt ist. Ja, antibakteriell. Ich weiß jetzt nicht genau, ob Gold wirklich antibakteriell ist. Silber wäre antibakteriell im Nanobereich. Das ist das mit den Socken übrigens. Also die sind mit Silberpartikeln beschichtet. Aber immerhin, also Zahnpasta hat ziemlich viel mit Nanopartikeln zu tun. Also das sind jetzt nicht irgendwelche gefährlichen Nanopartikeln. Also Gold ist ja sowieso ungefährlich, sondern irgendwie dieses zum Schleifen. Das ist dann irgendwelche Körner oder so. Plastikflaschen. Was haben Plastikflaschen mit Nano zu tun? Normales Plastik, also für diese, also so eine Getränkeflasche aus Plastik. Kann man so zusammenknautschen und hier rappeln dann so. Getränkeflaschen. Die sind eigentlich nicht kohlensäuredicht. Die Kohlensäure würde da einfach ausgasen und nach einer Weile, wenn die irgendwo im Laden rumstehen, dann wäre das Getränkschal. Und da hat man dieses Plastik mit Nanometer dicken Scheibchen aus bestimmten Mineralien, das sind so Schichtmineralien, hat man da rein gerührt. Und dadurch wird der Diffusionsweg, wenn man da genug transparente Schichten von so, das sind bestimmte Kristalle, das bringe ich dann noch in der Vorlesung, dadurch kann man den Diffusionsweg, weil die sind eigentlich undurchlässig für Gas, hängen aber nicht zusammen, dadurch muss aber das Kohlendioxid von innen nach außen viel länger diffundieren und dann sind die viel länger haltbar und halten den Druck. Das heißt, da sind mineralische Nanopartikel in das Plastik eingerührt, um es kohlensäuredicht zu machen. Also weiß ich nicht, ob man heute neue Methoden gefunden hat, das war das letzte Mal, als ich mich damit beschäftigt habe. Also Plastikflaschen, dass man Plastikflaschen für Bier oder für Mineralwasser aus dem Sprudel nehmen kann, das ist Nanotechnologie. Raumtemperatur-Supraleiter hatte ich erläutert, es gibt bestimmte Nanopartikel, das ist jetzt mein Forschungsgebiet, zum Beispiel aus Aluminium, die in bestimmten Größenbereichen Effekte zeigen für isolierte Partikel, die sehen so aus, als gäbe es eine Sprungtemperatur, also Supraleitungseffekte bei Raumtemperatur. Das wäre natürlich klasse und dann sollte man daraus einen Festkörper synthetisieren, der dann also bei Raumtemperatur supraleitend wäre und das hätte jede Menge Anwendungen. Da steht ein Fragezeichen, da gibt es noch nicht. Und Nanodrohnen habe ich schon erwähnt, das sind diese Dinger, mit denen man zum Beispiel, ja kann man also den Feind ausspionieren und der kann die nicht sehen, aber man hört aber trotzdem mit, weil in die Nanodrohne ein Mikrofon eingebaut wird. Ja, es hätte auch im Privatleben eine ganz interessante Anwendung. Ja, gibt es aber auch noch nicht. Also Nanoroboter, die man steuern kann, das sind so ein bisschen auch horrormäßige Visionen. Gibt es aber noch nicht. Aber da es das in der Natur gibt, es gibt sehr kleine Lebewesen, also so eine Fliege zum Beispiel, die könnte man künstlich nachbauen und die dann als Kamera oder als Spionage-Ding da einsetzen. Dann sitzt irgendwo eine Fliege, die ist auch voll künstlich. Gibt es aber noch nicht. Na, das sind so horrormäßige Visionen. Okay, also jetzt habe ich ein bisschen erläutert, warum Nano so wichtig ist. Ich habe so das Gefühl, dass ich jetzt, habe ich leider nicht richtig gemessen jetzt für die erste Vorlesung, dass ich meine anderthalb Stunden also locker rum habe und habe erläutert, warum Nano so wichtig ist. Also wir stehen eigentlich so, das ist so eine spektakuläre Message, die man vor, sagen wir, vor zehn oder zwanzig Jahren so immer mal gesagt hat, heute nicht mehr so. Wir stehen am Beginn des Nano-Technologie-Zeitalters. Es wird unsere Gesellschaft vollkommen umkrempeln. Naja, also ich meine, also zum Beispiel Fußball spielen, wenn man da bei München gegen Dortmund antreten lässt, das wird sich jetzt nicht ändern, aber ich kann es im Fernsehen per Internet besser angucken. Aber es ist immer noch Fußball. Also bestimmte Sachen in der menschlichen Gesellschaft, die ändern sich jetzt nicht gerade so gravierend. Und ob das jetzt so eine große Revolution ist. Allerdings, ich muss sagen, wenn zum Beispiel Krankheiten besiegt werden auf der Nano-Ebene, das ist eben Krebs, das sind eben die Viren. Das wäre jetzt schon gerade nach Ebola und so, und an Krebs stirbt ja immer noch mindestens ein Drittel der Menschen in Deutschland und in der Schweiz und Österreich. Wenn das nicht mehr wäre, wäre schon gut. Also das wäre ein echter Fortschritt. Also Nano bringt schon was. Ja, es ist nicht gerade das Nano-Zeitalter, wo jetzt, also keine Ahnung, was da alles passieren soll. Aber es sind schon Veränderungen, die, it matters. Es macht einen Unterschied, Nano. Danke für heute, für das erste Mal. Erste Vorlesung und die nächste Vorlesung, da mache ich dann mein Quiz. Danke. Danke.